Wir sind fast pünktlich. Bitte Sie Platz zu nehmen, der Raum fühlt sich langsam. Ja, also herzlich willkommen zum zweiten Panel, in dem wir stärker noch über das Verstehen hinaus in die Handlungsstrukturen schauen wollen, also konkret auf die Frage zugehen, was ist jetzt zu tun. Wie Sie dem Programm entnehmen können, sind es vor allen Dingen zwei Fragen, die wir uns in diesem Panel stellen wollen. Zum einen, wie steht es überhaupt um die Präventions- und Hilfestrukturen und um das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern. Und das zweite ist Entwicklungsbedarfe. Wohin soll die Reise gehen? Was muss dringend verändert werden? Welches Maßnahmenbündel haben wir schon? Und wie ist auch dieses Maßnahmenbündel, was gerade schon losläuft, zu bewerten? Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christine Schwarz. Ich bin Soziologin an der Leibniz-Uni Hannover und bin mehr der Stiftung und dem Studienwerk der Stiftung verbunden als der Partei. Und das leitet auch ein bisschen dazu über, warum ich glaube, dass wir aus dem ersten Panel vor allen Dingen mitnehmen, dass dieser Ort hier, das Gunder-Werner-Institut, der Ort ist für diesen Diskurs. Denn die Stiftung habe ich in den letzten 15 Jahren, in denen ich für sie ehrenamtlich tätig bin, erlebt als ein ganz, ganz wichtiges Korrektiv, nicht nur für den Wissenschaftsbetrieb, sondern auch für den politischen Betrieb. Und deswegen bin ich sehr glücklich, noch glücklicher als zu Beginn der Veranstaltung, dass wir hier darüber diskutieren. Ja, bevor ich zu den Gästen komme, die sich hier netterweise schon hingesetzt haben und auch keiner von hier vorne reden will außer mir, wir werden also dieses Podium, diesen Block hier gleich verlassen, kurz den Ablauf dieses Panels. Wir haben es in vier Unterschritte geteilt. Wir haben, anders als im ersten Panel, einen Kurzvortrag von Dagmar Freudenberg, die hier schon sitzt, werden dann in diesem ersten Schritt erstmal Nachfragemöglichkeiten ans Publikum geben sofort. Also direkte Verständnisfragen zu einem juristisch nicht unkomplexen Thema. Dann kommt der zweite Schritt. Ich habe die Experten, Experten hier auf dem Panel, die ich dann auch nochmal vorstelle im zweiten Schritt, darum gebeten, ein Fünf-Minuten-Statement vorzubereiten, wie Sie das von Frau Freudenberg Gesagte ergänzen möchten, hinsichtlich der Frage, wie ist der Status quo der Strukturen und wo soll die Reise lang gehen. Der dritte, größte und aus meiner Sicht allerwichtigste Block ist, dass wir das Podium öffnen für die Diskussion mit Ihnen im Publikum und dann das Gesagte in alle Richtungen quer schieben können, quer diskutieren können. Der vierte Schritt ist dann eine Abschlussrunde. Ja, und den fünften Block, den kennen Sie auch alle aus dem Programm. Ich werde pünktlich spätestens um neun Uhr enden, damit wir noch ausreichend Zeit haben zum Plaudern im informellen Teil. Gut, Frau Freudenberg stelle ich kurz vor. Sie ist Staatsanwältin und arbeitet in Hannover, da wo auch ich herkomme, im niedersächsischen Justizministerium, ein grün geführtes Ministerium und ist dort im Landespräventionsrat in der Fachstelle Opferschutz. Also ihr Thema wird heute auch stark sein, Opferschutz. Sie ist aber heute hier vor allen Dingen in der Rolle als Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. Das ist nochmal ganz wichtig, dass das sozusagen die Stimme ist, mit der sie heute redet. Gut, ich habe erstmal nicht viel zu sagen, ziehe mich dann zurück und gebe das Wort an die Frau Freudenberg. Ja, Frau Schwarz, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, fühle mich sehr geehrt. Ich bin mit dem Thema sexualisierte Gewalt, wie es hier im Titel ja heißt, auch beruflich sehr verbunden gewesen. Ich habe ab 1993 über insgesamt 16 Jahre ein Sonderdezernat Sexualstraftaten bearbeitet. Wo kommen wir her, was den juristischen Rahmen anbetrifft? Im Strafgesetzbuch gibt es den 13. Abschnitt. Ob die Zahl 13 da eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber dieser Abschnitt ist überschrieben, und zwar schon seit den 70er Jahren, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Das war nicht immer so. Das hat sich auch durchaus nicht sofort durchgesetzt, aber damit ist das Rechtsgut, um das es hier geht, ausdrücklich im Titel schon beschrieben. Und das finde ich ganz wichtig. Ich möchte da eigentlich noch einen Augenblick dabei verweilen, aus dem einfachen Grund, Sie haben in dem Titel der Veranstaltung die Grünen und ihr Umgang mit sexualisierter Gewalt gewählt. Ich finde, man muss von diesem Gewaltbegriff wegkommen. Wie gesagt, der 13. Abschnitt im StGB ist auch nicht mit Gewalt überschrieben, sondern da heißt es, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und wir sind immer noch nicht so weit, dass wir den Schutz vor Gewalt dabei ausblenden und sagen, es muss die sexuelle Selbstbestimmung selber geschützt werden. Sondern darüber laufen im Moment die Debatten. Sie kennen das, die Istanbul-Konvention. Ich komme da später nochmal drauf. Das Stichwort Gewalt ist zumindest problematisch aus meiner Sicht in diesem Kontext. In der Istanbul-Konvention heißt es im Übrigen im Artikel 36, dass die Vertragsstaaten sich verpflichten, nicht einverständliche sexuelle Handlungen unter Strafe zu stellen. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied, was das Wort Gewalt anbetrifft. Und ich denke, daran werden wir uns messen lassen müssen, wenn wir überlegen, wie wir das bewerten. Aber hier und heute geht es ja nun nicht nur um den Begriff der sexualisierten Gewalt, sondern es geht um den sexuellen Missbrauch von Kindern im engeren Sinne. Das ist das Projekt, um das es hier auch ging, auch thematisch. Die Diskussion im ersten Panel habe ich ja auch zum Teil verfolgen dürfen. Natürlich hat das was auch mit der Entwicklung im Sexualstrafrecht zu tun. Und es hat auch was mit Tabus zu tun. Der gegenwärtige Zustand im Strafrecht ist der, dass Kinder bis 14 Jahre keine sexuellen Handlungen widerfahren dürfen. Grundsätzlich nicht. Egal von wem. Wer das tut, der macht sich strafbar. Kind in der EU ist allerdings, in der Europäischen Union ist allerdings etwas anderes. Da ist es nämlich ein anderer Kindbegriff. Da geht das Kind bis 18 im internationalen Recht der Europäischen Union. Das muss man dabei wissen. Daran haben wir auch den 13. Abschnitt teilweise schon angepasst. Wir haben mittlerweile neben dem 176 StGB, wo eben die sexuellen Handlungen mit Kindern grundsätzlich untersagt sind, den 182, das ist der Zeitraum zwischen 14 und 18, die sexuellen Handlungen an Jugendlichen. Die haben wir mit Rücksicht auf verschiedene Gruppen derzeit unter Strafe gestellt, nur unter bestimmten Bedingungen. Das ist einmal unter der Bedingung, dass die jugendlichen sexuellen Handlungen ausgesetzt sind im Rahmen einer Zwangslage. Das ist der Bereich, wenn Entgelt dafür gezahlt wird, Stichwort Kinderprostitution. Und das ist der Fall, das ist strafbar, wenn die fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung, und da haben wir das Wort, wieder den Begriff, der Jugendlichen ausgenutzt wird. Das ist ein sehr schwieriger Bereich, weil wie weit traut man den Jugendlichen denn dazu, dass sie sich selbst schon äußern können und wollen. Wir wissen, dass die sexuelle Reife durchaus schon sehr viel früher ist heute als vor 20, 30 Jahren. Die Frage, was man darunter versteht unter dieser Fallgruppe, ist sicherlich ein Punkt, den man auch diskutieren kann und muss. In dem Zusammenhang will ich noch darauf hinweisen, dass dieser § 182, wo die sexuellen Handlungen mit Jugendlichen unter Strafe gestellt sind, einen Absatz 6 enthält, das nämlich von Strafe durch das Gericht abgesehen werden kann, wenn das Verhalten des Opfers eine Strafe, die die Handlungen in irgendeiner Form beeinflusst hat. Das ist nun etwas, da kommt eine Schuldzuweisung rein bei Jugendlichen, da kommen möglicherweise auch die Vergewaltigungsmythen rein und die Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat richtet. Ich finde das hoch problematisch in dem Kontext. Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, über den wir hier reden sollten. Schlussendlich ist bei den 14- bis 18-Jährigen noch ein Punkt, der mir nicht unproblematisch erscheint, die Tatsache, dass diese Delikte gegen Jugendliche, also 14- bis 18-Jährige, Antragsdelikte sind. Das heißt, es muss ein Strafantrag gestellt werden. Strafantrag stellen dürfen die Sorgerechtsberechtigten, die Eltern, die gegebenenfalls eine Ergänzungspflege, weil man dann einen bestellt hat im Strafverfahren. Aber inwieweit der Wille des Opfers selber, also der Jugendlichen selber berücksichtigt wird, das erscheint mir hier sehr zweifelhaft. Aber das ist ein Punkt, den man aus meiner Sicht, gerade unter dem Gesichtspunkt der sexuellen Selbstbestimmung, nochmal überlegen kann und muss. Den rechtlichen Rahmen für Hilfestrukturen und Prävention sollten wir nochmal ein bisschen beleuchten. Die Hilfestrukturen, die wir haben für Opfer von sexuellem Missbrauch von Jugendlichen, sind grundsätzlich in der Länderzuständigkeit, das heißt, sie sind uneinheitlich. Die Finanzierung ist sehr fraglich. Es gibt viele Projekte, aber sichergestellt ist die Hilfe insofern nicht. Wir haben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie zu Mindeststandards für Opfer von Straftaten der EU, das ist die Richtlinie 2012-29, wo verschiedene Zeugen, Opferrechte geregelt sind, unter anderem auch im Rahmen des dritten Opferrechtsreformgesetzes verschiedene Punkte, die umgesetzt werden sollen, nämlich ein Anspruch für Kinder und Jugendliche auf psychosoziale Prozessbegleitung. Das ist etwas, was ich für ganz wichtig halte. Das geht jetzt gerade in den Gesetzgebungsgang und ich weiß nicht, ob es so durchgeht, wie es reinkommt. Wenn es so durchgeht, wie es reinkommt, wäre es schön. Ich fürchte aber, dass die Finanzministerien in den Ländern vielleicht doch das eine oder andere daran auszusetzen haben könnten. Und ich fürchte, wir werden darum kämpfen müssen, dass das wirklich für Kinder und Jugendliche, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind, als Anspruch durchgeht. Schließlich noch einen Punkt, nämlich die Frage, was muss man in der Politik, nämlich in der primären Prävention berücksichtigen. Primäre Prävention bedeutet ja Vermeidung von Gefährdungen, von Entwicklungen. Die Gesetzeslage ist im Prinzip ausreichend, wenn man denn diese Punkte, die ich angesprochen habe, so auslegt, dass sie im Sinne der Opfer ausgelegt werden. Das ist aber unter Umständen nicht gewährleistet aus Gründen, die in der Rechtsprechung der obergerichtlichen Gerichte begründet sind. Wir müssen zumindest darauf achten, dass auch für kindliche und jugendliche Betroffene die sexuelle Selbstbestimmung ohne Wenn und Aber geschützt wird. Nicht nur bei Minderjährigen, die bis 14 derzeit geschützt sind, sondern auch bei Jugendlichen. Und unter dem Aspekt der Gesamtreform, die ja jetzt Gott sei Dank angestrebt ist seitens des BMJV, sollte man überlegen, ob man nicht eine Vereinheitlichung des 13. Abschnitts schafft, in der dann wirklich jeder und jede, unabhängig vom Alter, ohne Voraussetzungen, nur nach dem Einverständnis die sexuelle Selbstbestimmung geschützt bekommt. Das kann man durchaus, das hat der Deutsche Juristinnenbund so versucht, in einem Diskussionsvorschlag deutlich zu machen, das kann man durchaus auch für alle Kinder und Jugendlichen im Einzelfall entscheiden. Und die Einzelfallentscheidung, das ist das, was die Rechtsprechung heute schon immer in sexuellen Strafverfahren machen muss. Das ist sozusagen etwas, was täglich Übung ist. Und wenn wir die gesetzliche Situation da anpassen, ich denke, dann können wir ein Stück auch die Betroffenen in Zukunft besser schützen und verlässlicher schützen, als es derzeit möglicherweise bei unterschiedlichen Auslegungen der Fall ist. Das soll aus meiner Sicht erstmal an dieser Stelle genügen, denn die anderen müssen auch noch was sagen. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Blitznachhilfe, was den juristischen Status quo angeht und die kritische Einschätzung. Bevor wir zu den anderen übergehen, ich habe hier schon ein bisschen Zwicken und Zwacken in den Gesichtern gesehen, dass das nicht alle genauso sehen wie Sie, das wird gleich noch spannend, aber erstmal die Gelegenheit ans Publikum. Gibt es hier Verständnisfragen, noch Punkte, die Sie direkt jetzt dazu wissen möchten. Natürlich können auch später noch Fragen an Frau Freudenberg gerichtet werden, aber vielleicht an dieser Stelle erstmal zu diesem juristischen Grundsockel die Gelegenheit zu fragen. Ich habe eine Wortmeldung hier in der drittletzten Reihe. Das Mikro muss noch zu Ihnen rüberfliegen. Und es wäre schön, wenn Sie kurz Ihren Namen und Ihre Organisation nennen. Die Dame in blond mit der Brille auf dem Kopf. Ja, guten Tag. Mein Name ist Jacqueline Ehmke. Ich bin betroffene sexualisierter Gewalt in der Kindheit, aber nicht nur. Ich danke für Ihren Vortrag und ich habe mal eine Frage. Also man hört ja immer wieder nicht daran. So, ja. Okay, ist zu laut? Nee. Also es geht ja darum, um die sexuelle Reife der Kinder heutzutage, der Jugendlichen. Die soll ja jetzt für eher einsetzen. Das werden sicherlich die Ärzte auch bestätigen können. Mein Problem ist dabei, wer kontrolliert eigentlich die geistige Reife? Ich kann gerne direkt darauf antworten. Das Problem ist nicht die sexuelle Reife, sondern in der Tat, was Sie angesprochen haben, die geistige Reife beziehungsweise das Bewusstsein und die Fähigkeit, sein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch selber auszuüben. Im Zuge der Änderungen, ich meine, dieser 13. Abschnitt im StGB ist ja furchtbar unübersichtlich. Wenn man den Artikel 103 des Grundgesetzes ernst nehmen würde, der nämlich besagt, dass das Gesetz, insbesondere das Strafgesetz, deutlich machen muss, was die Bürgerinnen und Bürger dürfen und was sie straflos nicht, äh, strafbewährt nicht dürfen, dann ist das gerade in dem Bereich kaum verständlich, insbesondere was dem § 182 anbetrifft. Diese Diskussion, die es da gegeben hat, ging aber genau um den Punkt, dass man nämlich gesagt hat, man möchte den Jugendlichen ja die Erfahrung, das Erfahrungssammeln nicht verwehren und deswegen müsste man das so differenzieren. Ich befürchte, dass wir auf diese Art und Weise aber genau das Gegenteil davon erreicht haben, dass nämlich auch andere das ausnutzen. Also wir haben ja die Altersgrenzen im § 182, die ansetzen bei über 21-jährigen Tätern, um eben das Erfahren durch Jugendliche zu ermöglichen. Aber ich befürchte, dass das zum Teil doch zur Ausnutzung führt. Es gab hier in der Mitte noch eine Wortmeldung und dann kämen Sie als Nächste dran. Hat die sich schon erledigt? Dann können Sie hier in der dritten Reihe die Dame mit dem Schal. Ich habe nur eine ganz kurze Nachfrage. Christiane Rove von der Humboldt-Universität. Und zwar, Sie haben gesagt, 1970 wurde das gefasst unter die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wie war das vorher? Können Sie da vielleicht noch mal was zu sagen, worunter das gefasst wurde oder was sich da verändert hat? Ich habe die Überschrift, die vorher war, leider vergessen nachzuschlagen. Das tut mir leid, ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber ich hatte diesen umgekehrten Effekt. Es ist seit einem der Reformgesetze, bei dem ersten Reformgesetz in den 70er Jahren, das war 1974, da ist das geändert worden. Und jetzt streiten wir darum, dass wir den 177 ändern und wegkommen von der Nötigung, Gewalt, Drohung und der schutzlosen Lage hin zum wirklichen Schutz einer sexuellen Selbstbestimmung als Rechtsgut. Und es steht schon so lange drin, das war der Anknüpfungspunkt, den ich hatte. Ich habe es leider nicht noch mal nachgeschlagen, das hole ich aber nach. Aber Sie haben möglicherweise sogar den besseren Zugang zu den Quellen. Die Sittlichkeit war drin, genau, danke. Okay, interessante Begriffsgeschichte, ähnlich wie auch Ihr Vorschlag, eben stärker mit der Selbstbestimmung zu argumentieren. Gut, ich sehe erst mal keine Wortmeldung. Es geht ja noch weiter. Wir haben jetzt nach dieser ersten juristischen Grundeinschätzung zum Opferschutz, oder wir haben es ja eigentlich schon korrigiert, es ist ja Betroffenenschutz, es ist ja gar kein Opferschutz, Betroffenenschutz vielleicht, als neue Begriffsanregung, haben wir eine weitere, ja eine Kommentierung auch von einem Juristen, der eigentlich Arbeitsrichter ist und war, aber eben seit Ende 2011 das relativ neue Amt des unabhängigen Beauftragten zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, UBSKM, die wird ja auch abgekürzt, führt. Ja, er ist der zweite Amtsträger in diesem neuen Amt und ja, Sie werden uns gleich noch berichten zu weiteren juristischen, aber auch anderen Aspekten. Ja, gerne. Aber meistens habe ich mich eben auch nochmal gefreut, dass Sie gesagt haben, dass es eine weitere Reform des Sexualstrafrechts geben wird. Da ist das Justizministerium im Moment dabei, die Vorbereitungen zu treffen. Ich habe mich da gefreut, dass ich heute passend zu diesem Tag eine Einladung gekriegt habe, um auch aus Sicht des unabhängigen Beauftragten dort meine Vorstellungen vortragen zu können, weil die Vorschläge, die ich bei der Reform dem Jahr 2014 in Antwort auch auf die Causa Edati vorgenommen wurde, oder die ich vorgeschlagen habe, haben da keine Berücksichtigung gefunden und jetzt bin ich ganz froh, wenn ich da nochmal ansetzen darf. Sie hatten mich gebeten, dass ich auch Handlungsbedarf vor allen Dingen jetzt formuliere. Vielleicht mal der erste Punkt, Handeln in unserem Themenfeld ist unwahrscheinlich wichtig, politisches Handeln und in Bezug auf das Strafrecht möchte ich gerade, auch weil wir so ein bisschen historisch schauen, nochmal andeuten, dass der vor genau fünf Jahren eingesetzte Runde Tisch sexueller Kindesmissbrauch im Strafrecht tatsächlich eine absolut erschreckende Empfehlung abgegeben hat. Denn im Jahr 2011 hat der Runde Tisch beschlossen, dass es im gesamten Bereich des Strafrechts, des Strafprozessrechts, keinen Änderungsbedarf gibt. Also alles so, wie es war, gut ist. Hinterher hat es leichte Anpassungen über das Gesetz zur Stärkung der Rechte Opfer sexualisierter Gewalt, dem Sturmgehe gegeben, aber nicht im Bereich des jetzt uns allen bekannten 13. Abschnitts. Ich war dann sehr froh, als ich das Reformpaket von Heiko Maas gelesen habe, in dem es ja dann nicht nur um die Veränderung, Strafverschärfung bei Kinderpornografie und zu Posingbildern ging, sondern dass es mit dem Gesetz auch eine Verschärfung des Schutzes der Schutzbefohlenen gegeben hat. Meines Erachtens aber unvollständig, das würde ich jetzt gleich nochmal sagen. Es ist so gewesen, dass bis Ende letzten Jahres, bis das Gesetz in Kraft trat, beispielsweise Vertretungslehrer sexuelle Beziehungen mit 14-Jährigen ihrer Schule unterhalten konnten und das straffrei und Vertretungslehrer, weil, wir haben versprochen, dass wir einen juristischen Straftatbestand mal genauer formulieren, weil einem Vertretungslehrer ein Schüler, eine Schülerin nicht zur Erziehung anvertraut ist. Das hat das Justizministerium und die Mehrheit des Deutschen Bundestages erkannt und hat den Paragrafen 176 jetzt so geändert, dass dieser Vertretungslehrer, der noch im Jahr 2013 vom Oberlandesgericht Koblenz freigesprochen wurde, der würde jetzt verurteilt werden. Was mich geärgert hat, ich glaube auch in der grünen Fraktion ist das besprochen worden, dass das nicht-pädagogische Personal einer Schule beispielsweise, der Schulhausmeister oder der Schulgärtner, wenn es sowas gibt, oder vielleicht der Schulkoch, darf nach jetziger Gesetzeslage weiterhin sexuelle Beziehungen zu 14- bis 16-Jährigen führen oder unterhalten und das straffrei. Da sehe ich einen Nachbesserungsbedarf in Bezug auf Paragraf 176. Da muss meines Erachtens dringend das nicht-pädagogische Personal einer Schule auch in den Strafrechtsschutz für Schutzbefohlene aufgenommen werden. Weiteren Änderungsbedarf habe ich, kann ich auch positiv ansetzen. Die Große Koalition hat die strafrechtliche Verfolgbarkeit von sexuellem Kindesmissbrauch erheblich verlängert durch Verlängerung der Hemmungsregelung. Jetzt kann bei schwerem sexuellen Kindesmissbrauch bis zum 50. Lebensjahr entschieden werden, ob man gegen den Täter, die Täterin Strafanzeige stellt. Was jetzt dringend erforderlich ist, ist, dass ein Rechtsanspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung für Missbrauchsopfer eingeführt wird, bevor sie die Strafanzeige stellen. Weil ein später Strafprozess enorme Gefahren für die Antragsteller, also für die Opfer in sich birgt. Es besteht die große Gefahr der Retraumatisierung durch das Strafverfahren und es besteht die ganz große Gefahr, dass der tatsächliche Täter freigesprochen wird aus Mangel an Beweisen. Und ich sehe es als dringend erforderlich, dass jedes Missbrauchsopfer, bevor ein solcher Strafantrag gestellt wird und die Maschinerie der Staatsanwaltschaft in Gang gesetzt wird, aufgeklärt ist über den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und das gibt mir die Chance, hier kurz auf das Thema Aufarbeitung einzugehen und was da im Moment diskutiert wird im Deutschen Bundestag und wo jetzt auch wichtige Entscheidungen anstehen. Viele Erwachsene Betroffene kämpfen über einen späten Strafprozess oder das Opferentschädigungsgesetz um die Anerkennung des ihnen in der Kindheit angetanen Leids. Und dies über das Opferentschädigungsgesetz oder jetzt hier konkret über das Strafrecht zu erreichen ist halt ein wirklich sehr sehr steiniger Weg. Und ich hoffe, dass die Aufarbeitungskommission die Betroffene anhören wird und ihre Berichte entgegen nehmen wird, ein Verfahren etabliert, dass Betroffenen, Erwachsenen Betroffenen, es geht vor dem ich hier um Erwachsene Betroffene, dass sie in der Arbeit, durch die Anhörung, die Aufarbeitungskommission durchführt, die notwendige Anerkennung des ihnen in der Kindheit angetanen Leids erfahren und dann nicht mehr auf den steinigen Weg des Opferentschädigungsgesetzes oder des Strafgesetzes geschickt werden. Ich glaube, es ist hochtragisch, wenn der tatsächliche Täter, weil der Beweis nicht mehr erbracht werden kann, dann auch noch freigesprochen wird. Letzter Satz, der Deutsche Bundestag hat am 30. Januar einen Antrag behandelt, Sicherstellung der unabhängigen Aufarbeitung von Missbrauch in der Vergangenheit, hat dann diesen Antrag in sieben Ausschüsse überwiesen und jetzt in den kommenden Wochen wird über diesen Antrag verhandelt und im Sommer wird das Plenum höchst wahrscheinlich dann dazu auch nochmal einen Beschluss fassen. Frau Peter hat das eben so schön gesagt, die Grünen werden jede Unterstützung leisten. Ich weiß, dass sie auf ihrem Bundesparteitag einen ganz wichtigen Beschluss getroffen haben, sogar formuliert haben, dass es eine gesetzliche Verankerung einer solcher Aufarbeitungskommission geben soll. Ich möchte nur an der Stelle sagen, ich brauche jede Unterstützung in den kommenden Wochen, sodass die Kommission zum 01.01. 2016 ihre Arbeit auch tatsächlich aufnehmen kann. Sie muss personell und finanziell gut ausgestattet sein und da ist überhaupt noch nichts in trockenen Tüchern. Das wird ein wichtiger politischer Prozess in den kommenden acht Wochen. Ja, danke Herr Röhrig für diese wichtige Ergänzung dieser, ich sag mal, juristischen Schlupflöcher, Grauzonen, Unwägbarkeiten, von denen wir jetzt drei von Frau Freudenberg gehört hatten und dann nochmal drei, vier von Ihnen. Insofern gibt es da genügend Zeigefinger, die schon sagen, da ist auf jeden Fall juristischer Handlungsbedarf. Sie hatten eben schon auf die Plenardebatte, auf den Beschluss vom 30. Januar hingewiesen, also für jeden, für den das vielleicht doch böhmische Dörfer sind, was da diskutiert wurde und wie es parteiübergreifend diskutiert wurde, es ist wirklich sehr interessant, sich diese Plenardebatte mal im Internet anzuschauen, wo eben auch zum Beispiel Frau Dörner, zu der ich gleich überleite, noch eine wichtige oder zwei wichtige Ergänzungen schon diskutiert hat, wo der Antrag der Bundesregierung eben viel zu schwach ist aus ihren Augen. Damit leite ich über, Katja Dörner war mal die einzige Grüne im tiefschwarzen Dorf in der Nähe von Bonn, das steht so auf ihrer Website und heute ist sie Bundestagsabgeordnete für die Grünen und stellvertretende Fraktionssprecherin. Sie haben sich vielfach bereits zu diesem Thema geäußert, im Bundestag aber auch andernorts und ja, ich möchte Sie jetzt bitten, das Gesagte zu kommentieren, a zu der Frage, wie sieht es aus, um die Hilfe- und Präventionsstrukturen aus Ihrer Sicht und was muss getan werden? Ja, zunächst auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier auch in größerer Runde zu diskutieren. Zunächst 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 möchte ich zwei Punkte unterstützen, die Herr Röhrig gesagt hat. Zum einen die Frage eines Rechtsanspruchs auf eine Beratung vor einem eventuellen Prozess. Das ist ja auch am runden Tisch und auch in grünen Zusammenhängen durchaus kontrovers diskutiert worden. Also diese Verlängerung der Fristen unter der Fragestellung macht man nicht Betroffenen ehemaligen Opfern damit nicht eine Hoffnung, die dann am Ende angesichts des Zeitverzugs überhaupt nicht erfüllt werden kann und kann das nicht zu einer Traumatisierung, Retraumatisierung führen. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Diskussion und deshalb finde ich auch, wir haben das unterstützt, dass die Fristen verlängert worden sind, aber man muss genau das machen, was Sie gesagt haben, nämlich die Leute darüber informieren, was da auf sie zukommt, damit sie wirklich eine fundierte Entscheidung treffen können. Das finde ich auch sehr wichtig. Der zweite Punkt ist angesprochen worden, die Frage der Aufarbeitungskommission. Das ist für uns ganz klar, dass wir das unterstützen und das Erste, was passieren muss, ist, dass der Bundestag dazu einen Beschluss fällt, damit die Kommission ihre Arbeit aufnehmen kann. Das ist, glaube ich, völlig unstrittig, zumindest auch in meiner Fraktion und ich glaube auch im gesamten Bundestag. Wir haben, Sie haben das schon gesagt, Herr Röhrig, es für erstrebenswert erachtet, eine gesetzliche Grundlage zu haben, weil natürlich eine gesetzliche Grundlage noch mal viel weitreichendere Möglichkeiten für die Kommission und ihre Mitglieder ermöglicht hätte, also beispielsweise was ein Recht auf Einsichtnahme in Akten und so was angeht. Das sieht jetzt aktuell erstmal nicht so aus, ja, aber man kann ja durchaus die Hoffnung haben, dass in dem Prozess und in dem Prozess, in dem die Kommission dann arbeitet, man da auch die Erkenntnis gewinnt, dass das notwendig ist. Der zweite Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ist eine Frage der Finanzierung. Das ist eben auch noch unklar. Wir haben im Deutschen Bundestag in den letzten Jahren ja einige ähnlich gelagerte Diskussionen schon geführt, aber ein bisschen doch, also beispielsweise bei Fonds für Heimkinder, die aufgestockt werden mussten und da ist es uns immer gelungen zu sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Mittel dafür dürfen nicht aus dem Ministeriumshaushalt für Kinder und Jugend herausgeschnitten werden müssen, sondern müssen zusätzlich da reinkommen und das ist eben auch eine Forderung, die wir haben bezogen auf diese Kommission. Ich möchte aber noch ein paar Punkte nennen, die aus meiner Sicht mit der Perspektive Prävention sehr wichtig sind und zwar eher aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe, gar nicht unbedingt jetzt so aufs Strafrecht bezogen. Wir haben ja als eine der positiven Entwicklungen auch nach dem runden Tisch das Bundeskinderschutzgesetz gehabt. Das befindet sich aktuell in einem Evaluierungsprozess und ich finde das Bundeskinderschutzgesetz so wie wir es jetzt haben ist halt eben auch noch nicht optimal und da würden wir uns als Ergebnis dieses Evaluierungsprozesses oder dann für das parlamentarische Verfahren durchaus noch Änderungen wünschen. Ein Punkt ist beispielsweise dass mit dem Bundeskinderschutzgesetz Präventionskonzepte vorgeschrieben sind für die Kinder- und Jugendhilfe öffentlicher Träger. Also da wird auch ganz klar gesagt öffentliche Mittel gibt es nur wenn das vorgelegt und nachgehalten wird das finden wir richtig aber es gibt beispielsweise ähnlich gelagerte Regelungen für Sportvereine oder beispielsweise auch für medizinische Kliniken die gibt es noch nicht und an der Stelle würden wir uns wünschen das sind auch Orte wo Kinder und Jugendliche potenziell in Gefahr geraten auch da muss verbindlich werden dass es Präventionskonzepte gibt und dass die auch überprüft werden was ich mit der Perspektive Kinder und Jugendhilfe auch sehr wichtig finde ist wir haben immer noch nicht einen eigenständigen Beratungsanspruch für Kinder und Jugendliche im SGB 8 verankert Das hat was zu tun mit dem Zusammenspiel Sorgerecht der Eltern Recht der Kinder und Jugendliche selbst Das ist immer als Gegenargument eingeführt worden oder in die Debatte gebracht worden wegen dem Sorgerecht der Eltern kann es kein eigenständiges Beratungsrecht geben das sehen wir nicht so und in der ganzen Diskussion rund um das Kinderschutzgesetz ist auch deutlich geworden dass es sehr wohl Möglichkeiten gäbe das zu verankern und das wollen wir auch tun und ich will noch einen ganz anderen Aspekt nennen den ich aber genauso wenn man über Prävention spricht sehr wichtig finde das ist der ganze Bereich Datenschutz das ist einfach ein Feld wo ganz neue Gefahren auch tatsächlich für Kinder und Jugendliche auftreten wir fordern beispielsweise dass es solche Dinge wie Privacy by Design als Grundeinstellung quasi automatisch sein muss und dass man dafür auch eine gesetzliche Grundlage schaffen sollte ich finde das ist auch ein weites Feld wo man aber mit Blick auf Prävention dringend drüber diskutieren sollte ja danke Frau Dörner zu den juristischen Handlungsfeldern haben sich jetzt auch noch finanzielle und strukturelle hinzugesellt wir gehen jetzt von der juristischen Kompetenz dem unabhängigen Beauftragten und der politischen Mandatsträgerin stärker in die Richtung der betroffenen Hilfe ich stelle vor Iris Hölling sie kommt von Wildwasser e.V. ist heute glaube ich schon zwei dreimal hier genannt worden in der Podiums Diskussion also sehr gut bekannt die Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V. Iris Hölling ist seit 2002 dort Geschäftsführerin ist Mediatorin Organisationsberaterin und ja dieser Verein den sie leiten leistet erstaunliches was stationäre und ambulante Jugend und Mädchenhilfe angeht und auch an sie die Frage wie können sie das bisher gesagte ergänzen um das wie es heute steht um die Präventions- und Hilfestrukturen aber auch was für sie auf der Forderungs- und Maßnahmenliste ganz oben steht ja das mache das mache ich gerne auch von mir vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit hier auf dem Podium zu sein ich will gerne auf die Frage auch wie wie die Hilfe und Präventionsstrukturen zu beurteilen und zu bewerten sind antworten und nicht alles das was ich auch teile von dem was schon gesagt worden ist was was notwendig ist auch auf der juristischen Ebene wiederholen ich nutze die Gelegenheit nochmal was zu Wildwasser zu sagen Wildwasser gibt es in Berlin seit 83 da muss ich sie korrigieren Frau Mioska das war später das Gespräch also die erste Selbsthilfegruppe wurde 82 gegründet und der Verein 83 wir haben hier Beratungsstellen für Mädchen die sexualisierte Gewalt erfahren haben für unterstützende Personen und Professionelle beraten auch Fachkräfte die mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind beraten Einrichtungen die Schutzkonzepte etablieren wollen bieten Prävention an Schulen an beraten Frauen und Trans die in der Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt haben bieten da auch Selbsthilfe Gruppen an haben eine nächtliche Krisenanlaufstelle und haben Jugendhilfe Einrichtungen Mädchenspezifische Kriseneinrichtungen für Mädchen die nicht mehr zu Hause wohnen können interkulturelle Wohngruppe und ambulante Hilfen zur Erziehung also ist groß geworden seit damals der Verein und ich möchte den Blick nochmal lenken auf die Situation der Fachberatungsstellen weil für viele der Maßnahmen die Sie auch angesprochen haben sind die Fachberatungsstellen die auf sexualisierte Gewalt spezialisiert sind wichtige Anlaufstelle und ich möchte die Situation der Fachberatungsstellen exemplarisch deutlich machen an unserer Situation hier in Berlin die Nachfrage nach den Beratungsangeboten da beziehe ich mich jetzt nur auf die zwei Mädchen Beratungsstellen ist extrem gestiegen in den letzten Jahren also wenn wir vergleichen von 2009 zu 2014 in 2009 haben wir 2700 Fälle gehabt und in 2014 sind es 4000 und also das ist eine Wahnsinn Steigerung bei gleichbleibenden Ressourcen also an der Personalausstattung hat sich nichts geändert die Zuwendungen sind gleich geblieben aber die Nachfrage steigt und das ist das ist jetzt ein Beispiel von uns aber das ist was was viele Fachberatungsstellen bundesweit betrifft und da besteht Handlungsbedarf dringender Handlungsbedarf und ein anderes Beispiel an dem ich es illustrieren kann wir machen Präventionsangebote für weiterführende Schulen auch in Kooperation mit Tauberter oder Hilfe für Jungs da arbeiten wir mit zwei Schulen in Berlin mit allen achten Klassen wenn man sich überlegt wie viele Schulen gibt es in Berlin und wenn man auch dann noch dazu rechnet welche anderen Einrichtungen gibt es die Angebote machen dann sieht man das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und wenn man das ernst nimmt dass Einrichtungen auch Unterstützung dabei brauchen sich auf den Weg zu machen Präventionsangebote zu entwickeln und die Fachberatungsstellen diejenigen sind die sie dabei gut begleiten und unterstützen können dann gibt es auch da dringenden Handlungsbedarf und das dritte Beispiel sind die Erwachsenen Betroffenen sexualisierter Gewalt das ist die ist wenn wenn einerseits gesagt wird hier gibt es Hilfe und dann steht sie aber eben nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung und bundesweit ist die Situation natürlich sehr unterschiedlich also auch regional sehr unterschiedlich im ländlichen Raum fehlen viele Angebote es gibt auch nicht überall Angebote für Jungen und Männer oder auch nicht überall Angebote für erwachsene Frauen für Kinder und Jugendliche gibt es auch nicht überall spezialisierte Angebote und da denke ich brauchen wir einerseits den Rechtsanspruch auf Beratung und da auch auf spezialisierte Fachberatung wie sie das schon gesagt haben im Kinder- und Jugendhilfegesetz aber da müssen eben auch Bund, Länder und Kommunen in die Verantwortung gehen und da wirklich Finanzierung sichern Sie haben das ja auch gesagt am Anfang Frau Freudenberg dass die Hilfestrukturen uneinheitlich sind dass die Länder in der Zuständigkeit sind und zum Teil dann auch die Kommunen und da gibt es auch diese Spiele dass sich die Verantwortung hin und her schieben und wir würden uns da wünschen dass das Recht diese Sorte spezialisierter Unterstützung zu bekommen wirklich verankert wird in Gesetzen zum Beispiel analog Schwangerschaftskonfliktberatung wo es ein Bundesgesetz gibt klar muss man wenn man bundeseinheitliche Standards fordert da natürlich auch gucken dass die sich nicht an dem Minimalsten was es irgendwo gibt orientieren sondern an einer guten Ausstattung die auch für alle Zielgruppen was anbietet also für Mädchen Jungen für Männer Frauen Trans und Inter jeweils geschlechtersensibel geschlechterdifferenziert kultursensibel und auch für die Gruppe der Menschen mit Behinderungen inklusive Angebote macht und auch da zielgruppenspezifische Angebote da gibt es wirklich noch sehr viel zu tun es gibt im Moment Bestrebungen auf Bundesebene eine Bundeskoordinierungsstelle der spezialisierten Fachberatungsstellen zu konzipieren die dann auch politischen Druck erzeugen kann aber da brauchen wir eben auch wiederum politische Unterstützung um diese Forderung umzusetzen und das muss dann eben wirklich auf alle auf alle Ebenen gehen und da denke ich kann eine Konsequenz aus Aufarbeitung dann auch sein sich dafür einzusetzen Ja vielen Dank Iris Hölling Wildwasser ist groß geworden ist alt geworden und trotzdem fasse ich ist alt es war Wildwasser 83 83 aber Wildwasser was ich Wildwasser ist dennoch ein Tropfen auf den heißen Stein der dann auch noch zynisch wird teilweise fasse ich mal zusammen ich denke es ist klar geworden dass ihre Arbeit hier sehr sehr großen Respekt im Raum hat und darüber hinaus also vielen herzlichen Dank nicht nur für dieses Statement sondern für diese sehr sehr wichtige Arbeit ich habe eben gesehen dass die Frau Freudenberg kurz was zu ihrem Beitrag sagen wollte wenn ich das zwischendurch darf gerade die beiden letzten Statements geben mir nochmal Anlass dazu darauf hinzuweisen dass in dem dritten Aufmerkeitsreform Gesetz Entwurf der derzeit in der Beratung ist ich hatte es vorhin schon angesprochen die psychosoziale Prozessbegleitung ja eingeführt werden soll und diese psychosoziale Prozessbegleitung wird dann in der Strafprozessordnung verankert mit dem Novum dass sie auch schon vor Anzeigerstattung wirksam werden darf und dass Kinder und Jugendliche einen Anspruch bekommen das könnte vielleicht wenn das so durchgeht und wenn die Länderfinanzminister das so mitmachen was ich hoffe wenn alle mit dran arbeiten dass es so umgesetzt wird dann könnte das vielleicht in die Richtung dessen gehen was sie eben angesprochen haben das wollte ich nochmal ergänzen Vielen Dank Eine Ergänzung nochmal weil Frau Dörner den Rechtsanspruch auf Beratung angesprochen hat hier geht es ganz konkret um den Rechtsanspruch auf Beratung ohne dass die Zustimmung der Eltern erforderlich ist im Moment muss die Zustimmung der Eltern eingeholt werden und das bringt ihnen in der Praxis enorme Probleme und die sollen jetzt durch eine Gesetzesinitiative die Frau Schwesig jedenfalls angekündigt hat ich hoffe dass die diese Legislaturperiode noch läuft dann so verändert werden noch einmal zu der psychosozialen Prozessbegleitung ich glaube das ist ein guter und wichtiger Schritt aber es ist nur ein Teilausschnitt von Beratung und die hat ja auch also wir machen auch Zeugenbegleitung aber die hat ja bestimmte Voraussetzungen auch eben zum Beispiel nicht über das Tatgeschehen zu sprechen was für den Teil psychosoziale Prozessbegleitung auch sehr sinnvoll ist aber für den Rest der Beratung die wir anbieten ist es natürlich sehr wichtig dass die Betroffenen auch die Möglichkeit haben über das was ihnen passiert ist zu sprechen und also von daher ist es nur ein Teil und also ein sehr wichtiger Teil und ich also es ist auch eine Forderung die wir hatten dass es darauf endlich einen Rechtsanspruch gibt auf diese Art der psychosozialen Prozessbegleitung oder Zeugenbegleitung das ist eine wichtige Unterstützung aber es ist eben auch wieder nur ein Ausschnitt Ja schön dass es zu dieser ersten spontanen Vernetzung von Argumenten gekommen ist vielleicht als kleines Zwischenfazit wir sehen dass die immensen Herausforderungen in der Beratungsarbeit durch einen Teil juristischer Verbesserungen gemildert werden kann aber nur durch einen Teil ich komme zu unserem vierten Gast zu Angelika Oetken sie ist heute als Privatperson da hat sie mir vorhin nochmal gesagt sie gilt als Erfahrungsexpertin was ich einen wunderschönen Begriff finde für die Arbeit die sie tun als Ehrenamtliche sie sind engagiert im erweiterten Hilfesystem für Missbrauchsopfer und Co-Sprecherin des betroffenen Beirats ja ich begrüße sie auch hier und bin gespannt wie sie diese Perspektiven noch erweitern können Ja auch vielen Dank für die Einladung ich versuche ja heute Herrn Körfer von Glasbrechen das ja auch schon mal erwähnt wurde würdig zu vertreten und kann natürlich mit allem mitgehen was diskutiert wurde auch wenn man bei vielen sicherlich auch erstmal eine Weile beraten muss bis man zu einem guten und praktikablen Vorschlag kommt zu Frau Freudenbergs Erörterungen zu den Begrifflichkeiten alle Begriffe die jetzt im Zusammenhang mit Missbrauch genutzt werden haben ja zwei Seiten das Opfer gilt als ein negativer ein Begriff der eine Abwertung beinhaltet aber der Opfer zum Opfer gehört auch das Opfern deshalb gefällt mir dieser Begriff Opfer wieder besser als noch vor ein paar Jahren das was wir hier erleben im Umgang mit den vielen Betroffenen sexualisierter Gewalt oder sexueller Ausbeutung das finde ich fast noch treffender ist ja auch ein Opfern einer gesamten Gesellschaft einer bestimmten Kultur die wir haben um bestimmte Effekte zu erzielen um sich nicht klar machen zu müssen dass negative Erfahrungen Gewalt Ausbeutung Angst Scham zur Sexualität gehören wir haben ja heute auch viel gehört über die Befreiungswelle die sexuelle Revolution und damals war ja wenn man es ein bisschen überspitzt mit Sex die Welt retten und dann kam doch der Reflex ja der hat aber viele da gibt es auch viele negative Seiten und deshalb ist es gut immer wieder um Begriffe zu ringen und sich da auch bestimmte Dinge klar zu machen dann zu den ganzen Dingen die geschehen müssten und geschehen sollten die erfordern Motivation und Motivation entsteht dann wenn man sich selbst betroffen sieht davon wenn man einen Vorteil sieht das betrifft natürlich vor allem die Finanzressorts Bund und Länder wenn die Finanzverantwortlichen selber einen Vorteil sehen durch ihr Handeln oder wenn sie einen Nachteil abwenden wollen indem sie sich eben zum Beispiel dafür stark machen dass Beratungsstellen mehr Geld kriegen und dass vielleicht auch Justizministerien damit so ausgestattet werden dass sie Richter schulen können wir haben da schon Ideen entwickelt mit E-Learning Programmen was hat sich in anderen Bereichen sehr bewährt dass Richter Richter handeln ja nicht immer weil sie es böse mit den Opfern meinen sondern sie handeln so weil es Konsens ist und weil sie befürchten müssen dass das was sie entscheiden einer Revision nicht standhält ich war selber als Gast bei den Idati Prozess und habe das da auch erlebt wie Medien Öffentlichkeit dachten dass der Staatsanwalt und der Richter den Herrn Idati schützen wollen weil er ja so prominent ist das war mit nicht der Fall die haben super behauptet das Ganze hat nur gezeigt da ist etwas im Argen mit dem jetzigen Verfahren wie man mit solcher Kriminalität umgeht und das war absolut typisch war sehr lehrreich für mich auch also das live auch mal mit zu erleben und ich habe mich ungeheuer gefreut über die Reaktionen öffentlichen Reaktionen die einfach gezeigt haben die Menschen möchten so etwas nicht die sind sich sehr mit den fotografierten und gefilmten Kindern passiert und sie lehnen sowas ab bis hin zu diesem Spediteur der dann auf die Planen seiner Ecke wie es schrieben hat das heißt eine Motivation entsteht auch wenn ich sehe es gibt viele Betroffene und wir haben immer wieder in dem Kreis also ich arbeite auch mit Herrn Katsch sehr engst zusammen Frau Ebenke die sich gerade gemeldet hat die hat neulich so einen schönen Spruch kreiert kein Opfer bleiben das finde ich den besten Slogan den wir dankeschön Jacqueline dafür den wir eigentlich in letzter Zeit dann kreiert haben der bringt das auf den Punkt kein Opfer bleiben und auch zeigen wir sind wenn man die Pereda Studie aus den Staaten hochrechnet also wenn man das hochrechnet in obersten Grenzen gibt es neun Millionen Menschen in Deutschland also erwachsene Menschen die in ihrer Kindheit und Jugend und oder Jugend sexueller Gewalt ausgesetzt waren die als strafrechtlich schwer geht das sind beischlafähnliche Handlungen das stellen wir uns jetzt lieber nicht so genau vor aber das sind sehr viele Menschen das ist jeder achte und nur ein ganz kleiner Teil davon hat sich geoutet und ich sage dazu immer es fällt einem nicht der Himmel auf den Kopf auch ein Katsch ist nicht der Himmel auf den Kopf gefallen auch wenn wir sehr viel Federn alle gelassen haben auf unsere Art und Weise aber wir haben etwas bewirkt und wenn ich mir nur vorstelle dass einige der Experten einige der Leistungserbringer einige der prominenten Menschen mehr oder minder prominenten Menschen sagen auch ich bin Opfer hallo hier bin ich guck mal ihr konntet seit 30 Jahren mit mir vernünftig reden und weil ich ein Opfer bin könnt ihr auch den nächsten Tag heute und jetzt in diesem Moment noch mit mir vernünftig sprechen ich bin zurechnungsfähig ich muss nicht gleich in die Psychiatrie eingeliefert werden und man muss auch nicht irgendwelches Riechsalz für mich bereithalten weil ich jetzt auf Trigger reagiere das heißt wir haben ein bestimmtes Opferbild was auch dazu führt dass das ganze Thema marginalisiert wird dabei ist es hoch präsent und ich habe mich Hamburger Kinder- und Jungpsychiater der einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen den traumatisierten Kindern vielen Jungen die auch von ihren Müttern missbraucht werden in frühester Kindheit schwere Schäden hinterlässt zu den IS-Kämpfern was zuerst absurd klingt ist aber wenn man sich mit diesen Kindern beschäftigt und dann auch nachher mit aggressiven Männern beschäftigt ziemlich folgerichtig also sehr nah zusammen und das wird bisher noch gar nicht so angeschaut wir haben die Knäste voll mit missbrauchten Jungen und allein da ist ja schon eigentlich Motivation sein was zu ändern danke Angelika Oetken mir scheint Sie sind nicht nur Erfahrungsexpertin Sie sind auch Motivationsexpertin vielen Dank dafür ja wir haben gesehen dieser Forderungskatalog die Qualifizierung der Maßnahmen die jetzt laufen das ist ja ein ganzes Bündel was jetzt auch losläuft an Dynamiken ist gemischt zu bewerten teilweise nicht genug es wurden auch nicht alle Maßnahmen jetzt hier genannt deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit das Expertenwissen hier oben nochmal zu ergänzen um Dinge die Ihnen hier ganz gefehlt haben Dinge die Sie ganz anders sehen das Mikrofon ist jetzt von da drüben hierher zu mir gelaufen und geht direkt rüber ins Publikum mich würde bloß interessieren von den auf dem Podium sitzenden was haben Sie zu der Umgang mit sexualisierte Gewalt in den Grünen Projektauf und Projektaufarbeitung finden Sie in Ordnung so wie das läuft bei den Grünen das ist eine politische Partei in der Öffentlichkeit der Diskurs hat ja auch eine Bedeutung und wird gehört also das würde ich gerne an alle die Frage stellen wie finden sie das An alle anderen die keine Frage an alle haben wäre schön wenn Sie zu Beginn Ihrer Wortmeldung neben Ihrem Namen und Ihrer Organisation kurz noch sagen an wen sich die Frage speziell adressiert das wäre ganz hilfreich für uns bitte sehr ja ich habe eigentlich keine große Frage sondern es passt zu dem was gerade gesagt wurde ich wollte mich eigentlich eben schon melden ich war damals bei der Indianer Kommune als ich das war 1980 in Dortmund da gab es eine Versammlung der Grünen bei uns an unserer Gesamtschule und dort bin ich mit einem Freund hin der ich glaube 13 12 oder 13 war und dort waren halt die Indianer und wir waren dann innerhalb von ein paar Stunden auch bei ihnen und sind dadurch also von zu Hause weg und waren dann in Nürnberg und ich wir waren auch beim Herrn Werner Vogel zu Hause ich lag also dort in Mettmann im Bett vom Herrn Vogel und habe auch mitbekommen wie er an meinen Freund also dass dort Dinge abgelaufen sind die nicht in Ordnung sind wir sind dann also nachts auch noch da raus er ist nicht gewalttätig geworden okay so aber das war halt letztes Jahr so dass ich dachte das muss ich erzählen es gibt ja nicht mehr viele die von der Zeit berichten können und was ich halt wichtig finde ist ich habe es überhaupt nicht gefunden in der Studie da wird also nichts erzählt es ist natürlich was anderes ob ich einen Herrn Vogel irgendwo treffe oder ob über die Indianerkommune eine eine Kartei existiert in der Adressen sind weil wir haben diese Adresse aus Mettmann bekommen für den Weg es gab also für alle Ausreißer eine Kartei wenn wir zum Beispiel nach Hamburg trampen wollten haben wir geguckt Nürnberg nach Hamburg vielleicht müssen wir zweimal übernachten schauen wir mal was auf dem Weg liegt und haben uns dann Adressen aus dieser Kartei geholt und da war halt der Herr Vogel dabei ich weiß nicht wer wer da sonst noch war ich war sehr jung hat auch nicht so lange gedauert aber ich habe mich also beim Fritz-Walter Institut gemeldet und es ist auch eine Rückmeldung gekommen und danach ist auf einmal Waffhuckstille und es ist nicht weiter aufgenommen worden das finde ich äußerst schade weil also ich glaube dass es zur Aufarbeitung dazugehört und ich habe es eben unten auch erwähnt das zweite ist was ich kritisiere diese Studie wurde ja dann in Auftrag gegeben als das ganze sehr hohe Wellen schlug überall in den Medien zu finden war daraufhin haben die Grünen gesagt wir lassen das jetzt aufarbeiten professionell und daraufhin wurde es ja auch ruhig in den Medien nur dieses Buch die Studie ist nicht frei zugänglich also die kostet 40 50 Euro und ist überhaupt nicht zugänglich das hätte ich auch eigentlich gern geändert danke gut mir scheint die Frage wäre auch gut platziert gewesen im ersten Panel ja so ist das Leben manchmal nichts die Frage möchte jemand aus dieser Runde dennoch dazu sich äußern ja ich bedanke mich dass sie das angesprochen haben weil das ist ein das mit dem Herrn Vogel aber es gibt da auch noch andere Personen das ist ja gerade wenn man das genauer anschaut als Beispiel zeigt es ja wie haben die Strukturen denn funktioniert und es gibt so viele Baustellen bei den Grünen und ich möchte auch das hat Frau Pol ja in ihrem Eingangsvortrag gesagt da ist natürlich die Angst dass die die sage ich mal sehr konservativen Kräfte das wieder instrumentalisieren wenn einige Grüne sich in einigen Bundesländern dazu aufraffen können wie das Falle der Odenwaldschule der Herr Bock bei Glätt gemacht hat die Opfer dieser Institution die von den sehr konservativen betrieben werden zum Beispiel Korntal im Schwäbischen Bruderschaft die zu unterstützen dann gibt das in ein Patt das heißt die Instrumentalisierung läuft ins Leere und ich hoffe dass das dann auch in Zukunft nicht mehr so abläuft wie das in Medien gewesen sondern dass es um die Sache geht und keine Sorge also bitte diejenigen die sich hier jetzt sehr stark gemacht haben innerhalb der Grünen also Parteimitglieder Funktionsträger die bitte unterstützen die tun ein gutes Werk denn nichts ist schlimmer als reagieren müssen viel besser ist es schon in die Offensive zu gehen im Voraus unbedingt keine Sorge das kommt alles von selbst die Sachen laufen schon und die werden nicht das wird nicht zum Nachteil sein seine Geschichte ehrlich glaubwürdig in der tiefen Bohrung wie es angekündigt war aufzuarbeiten Herr auf die Frage von Frau Miosga eingehend ich glaube dass dann Mitte 2013 richtige und auch mutige Entscheidungen getroffen worden von den Grünen weiter zu beauftragen als unabhängigen Wissenschaftler der den Grünen nur bedingt nahe steht mit der Aufarbeitung der Gründungszeit und ihm völlig freie Veröffentlichungsmöglichkeiten einzuräumen die er dann ja auch genutzt hat sodass man auch das sogar kritisch beobachten musste das war sicherlich erstmal eine mutige und richtige Entscheidung was mir dann im nächsten Schritt gut gefallen hat ist dass der Parteivorstand gesagt hat die verschiedenen Ebenen Landesebene kommunale Ebene müssen für sich die Geschichte in ihren jeweiligen regionalen Strukturen aufarbeiten und wir haben ja eben von Ihnen gehört was da möglicherweise aus Berlin auf die Republik zurollt in dieser Diskussion ich glaube das ist gut ob das schon insgesamt ausreicht für den Aufarbeitungsprozess das ist natürlich mit einem großen Fragezeichen versehen aber die Grundentscheidung so vorzugehen die muss ich natürlich bewerte ich positiv jetzt sind die Grünen natürlich keine Einrichtung sondern sie sind eine politische Partei und da ist es für mich jetzt bezogen auf die Aufarbeitung wichtig dass sie die Defizite die Handlungsdefizite die es im Bereich der Prävention und im Bereich der Hilfe und der Beratung wir haben eben einige Punkte angesprochen wirklich ernsthaft so wie es auch auf der Bundesdelegierten Konferenz in Hamburg formuliert wurde jetzt in politisches Handeln umsetzen und Frau Peter hat das ja vorher auch nett gesagt die Grünen werden vieles unterstützen da muss man sich natürlich die Frage stellen bezogen auf den Fonds sexuellen Missbrauchs für Betroffene aus dem familiären Bereich warum das Land Baden-Württemberg im Gegensatz zu Bayern und Mecklenburg-Vorpommern seinen Landesbeitrag noch nicht geleistet hat man muss natürlich auch die Frage stellen und die muss sich die SPD genauso stellen wie die Grünen aber Nordrhein-Westfalen ist auch noch nicht beigetreten und sie spielen in Nordrhein-Westfalen wirklich eine ganz zentrale politische Rolle der Bereich der Beratungsstellen das ist kommunale und Landesaufgabe und hier ist es erforderlich dass die Grünen da mit dran arbeiten dass hier eine neue politische Prioritätensetzung gesetzt wird dass das Dilemma das man beim Finanzminister anklopft ob es dann im Land Berlin haben wir mal gehört gab es dann 100.000 Euro extra das ist dann sind ein oder zwei Stellen gewesen die dann zusätzlich besetzt waren bei einer Stadt mit dreieinhalb Millionen Euro ist das fast ein Witz und die Staatssekretärin die uns das erzählt hat auf ihrer Geburtstagsfeier die wollte sich dafür sogar noch noch feiern lassen also das war schon eher unangenehm es war noch nicht mal ein Stellen gewesen soll jetzt heißen wichtig finde ich dass die Grünen diesen Aufarbeitungsprozess fortsetzen der meines Erachtens von der Architektur richtig angelegt ist dass aber jetzt die Erkenntnisse daraus und mit Blick auf das politische Feld insgesamt daraus politische Aktivität wird Vielen Dank auch für die Differenzierung der verschiedenen politischen Ebenen auf der Einflussnahme möglich ist und dass eben eine ganz wesentliche Hebelwirkung anscheinend auch auf der Länderebene ist Ich würde auch gerne was dazu sagen als Mitglied der Arbeitsgruppe fühle ich mich durchaus angesprochen also zum einen finde ich es total wichtig dass das ein laufender Prozess ist und dass man nicht sagt wir haben jetzt die Aufarbeitung durch Walter gemacht und wir haben jetzt eine eigene AG eingerichtet und irgendwann sind wir damit fertig wir entwickeln uns natürlich weiter ja wir legen Berichte vor aber wir haben auch immer noch offene Fragen also beispielsweise Berlin ist ein Punkt wir haben aber auch in Nordrhein-Westfalen ja mit dem Dachsberg offene Punkte ja die wir jetzt weiter klären müssen und die wir intern in unserer AG auch besprechen müssen und überlegen wie gehen wir damit um und das machen wir auch gerade so der zweite Punkt ist und da finde ich auch dass sie sehr zu Recht den Finger in die Wunde gelegt haben möchte es auch noch mal sagen wir haben als Bundespartei was den Fonds angeht auf unserer BDK einen ganz klaren Beschluss gefasst und haben unsere Bundesländer aufgefordert in diesen Fonds einzuzahlen und ich kann die Haltung der Bundesländer ich komme aus Nordrhein-Westfalen ich führe zu diesem Thema viele Gespräche ich kann die nicht verstehen wir haben immer die Debatte gehabt anfangs als der Fonds eingerichtet worden ist dass die Länder gesagt haben immer diese Fondaritis ja es gibt immer mehr Fonds es wäre doch viel besser wenn man in den Strukturen Opferentschädigungsgesetz wenn man da die Grundlage schaffen würde damit eben auch diese Gruppe damit eben abgedeckt würde so will ich es mal formulieren und als wir angefangen haben mit dieser Debatte konnte ich sehr wohl auch was damit anfangen nur wir haben natürlich auch gesagt gut da müssen dann auch mal Vorschläge kommen wie man es macht so und das läuft jetzt seit drei Jahren und es gibt faktisch keine Vorschläge weder auf Bundesebene noch auf Länderebene und dann kann ich nur sagen das erscheint mir doch ein hin und her schieben von Verantwortung was man einfach in so einem Kontext nicht verantworten kann und deshalb kann ich nur sagen für uns als Bundespartei ist die Sache total klar und wir versuchen da den größtmöglichen Druck auf unsere Bundesländer auch auszuüben so jetzt muss ich das Wort wieder ans Publikum geben ich habe nämlich acht Wortmeldungen und Herr Birk wartet schon längere Zeit danach gehen wir daher dort hinten mit dem grauen Jackett würde ich sagen nehmen wir erst mal die zwei ok sorry ja mein Name ist Frauke Hohmann ich habe 30 Jahre im Bezirk Kreuzberg gearbeitet und hätte eine Ergänzung zu Ihnen die Indianerkommune hat sich dann auch in den 80er und 90er Jahren in Kreuzberg niedergelassen Teile davon und haben dort ein Kindersorgentelefon eingerichtet und haben da wirklich ganz wüste Sachen gemacht indem sie auch Aktionen mit Schulen gemacht haben Lehrer Hals Maul Kinder schwänzt die Schule Haut von zu Hause ab und so weiter es gab ganz wüste Prozesse deswegen das ist das eine das andere was ich ganz doll vermisst habe heute dass überhaupt die Rolle der AHS hier gar nicht beleuchtet wurde die auch in Kreuzberg ihren Sitz hatte Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität die sehr verwoben war mit den Grünen die ganz zum Schluss ein reines pädophilen Plenum war das weiß ich von der Kripo damals das vermisse ich auch und eigentlich hatte ich nur eine Frage deswegen hatte ich mich gemeldet ich hatte ich habe mich ein bisschen erschrocken als ich gehört habe Kinder haben keinen eigenen Beratungsanspruch in den 80er und 90er Jahren haben wir frech Kinder immer beraten weil die Eltern da hätte man ja lange warten können bis die Eltern die Einwilligung geben was für ein Quatsch und ich habe damals gelernt Datenschutz bricht Kinderschutz das war unsere Hilfsbrücke über die wir gegangen sind und Kinderschutz Bericht Datenschutz Entschuldigung ich habe fast anderthalb Jahre in der Berliner Datenschutzgruppe mitgearbeitet und ich habe das Gefühl es hat wieder so einen Rückschritt gegeben also ich denke immer manchmal denke ich unser ganzer Einsatz war umsonst gewesen wir fangen immer wieder von vorne an das ist richtig zum Kotzen so danke für die deutlichen Worte da möchte Frau Hölling sicherlich darauf antworten also natürlich beraten wir auch heute Kinder und Jugendliche ohne die Zustimmung der Eltern und es gibt ja diesen Anspruch in Not- und Krisensituationen auch Eltern unabhängig beraten zu werden und jede und da ist für uns natürlich klar wenn jemand sexualisierte Gewalt erlebt ist das eine Not- und Krisensituation und deshalb können wir beraten aber das also die Forderung ist eben weitergehend dass es wirklich das Recht auf Eltern unabhängige Beratung gibt ohne dass eine Not- und Krisensituation vorausgesetzt ist und ohne dass man Konstruktionen machen muss sondern dass es klar ist wir können das machen also in der Praxis wird es natürlich gemacht und funktioniert es auch heute aber das andere wäre deutlicher und klarer und also auch eine andere Botschaft an die Kinder weil also die Botschaft ich muss eine Not- und Krisensituation haben ist was anderes als zu sagen du hast das Recht dich unabhängig von deinen Eltern beraten zu lassen jetzt darf endlich Herr Birk ich habe ja vorhin lang geredet deswegen mache ich es jetzt ganz kurz zunächst möchte ich dringend empfehlen dass was wir hier vollzogen haben auch anderen zur Nachahmung dass wir nämlich die Organisationen wie zum Beispiel Iris Hölling für Wildwasser Kathrin Riedel-Breitstein für Stroheim e.V. und Lutz Volkwein eben als Hilfe für Jungs in unsere Kommission mit reinzunehmen um diese Fachkompetenz bei unserer Aufarbeitung zu nutzen und auch den Blick von außen sozusagen zu nutzen wir haben auch die Schwulenlehrer dazu genommen Tetlef Mück ist schon gegangen der ist auch dabei aber ich wollte in dem Zusammenhang sagen wir diskutieren gerade über die Ebenen hier wir diskutieren gerade in Berlin die Rahmenlehrpläne und ich finde dass Schule da eine ganz wichtige Rolle spielen muss und wir sehen da leider einen großen Rückschritt nicht nur in Sachen Sexualkunde wo wir öffentlich schon darüber diskutieren sondern auch tatsächlich was die Prävention in Sachen sexualisierter Gewalt angeht da sind also auch einfach Flüchtigkeitsfehler ohne Ende drin aber eben auch Versäumnisse und in dem Zusammenhang möchte ich mal sagen über welche Größenordnung wir hier reden wenn es darum geht Organisationen die solche Arbeit dann auch in Kooperation mit Schule mit Jugendeinrichtungen und so weiter führen können am Beispiel Hilfe für Jungs weil ich da im Haushalt versucht habe zu kämpfen bis 2011 hatte dieser Verein der also sowohl Begleitung als auch Prävention macht 23.000 Euro im Landeshaushalt und wir haben es geschafft aus der Opposition eine Erhöhung waren es glaube ich 73.000 oder 75.000 also auf rund 75.000 erhöhen also 55.000 Euro mehr aus der Opposition heraus das war uns noch gelungen im letzten Doppelhaushalt in diesem Hauptdoppelhaushalt haben wir versucht nochmal 25.000 bescheidene 25.000 auf 100.000 draufzulegen und selbst das hat die Koalition noch abgelehnt über solche Summen reden wir wenn wir über Vereine reden die eigentlich also stadtweit hier eine Präventionsarbeit und Unterstützungsarbeit leisten sollen bei Wildwasser ist es ein bisschen mehr weil ihr länger gewachsen seid und natürlich Mädchen klar ist der große Bedarf erkannt aber es sind trotzdem beschämend geringe Zahlen das würde ich mir dringend wünschen auch von so einem Podium einfach mal so eine Größenordnung zu nennen wo es eigentlich hingehen müsste um die Arbeit zu leisten um zum Beispiel wenn ich in meinem Wahlkreis gucke es gibt zig Organisationen die Nachhilfe leisten in so kleinen Läden guckt da jemand hin was da passiert wir haben vorhin diese schreckliche Zahl die ich genannt habe gehört ich möchte die nochmal insofern etwas relativieren weil die Menschen hatten verschiedene Hüte auf die waren bei Fahrtfindern die haben auch Nachhilfe angeboten oder haben Pseudosozialarbeit leisten wollen oder und so weiter also die hatten verschiedene Hüte auf und waren in verschiedenen Netzwerken und insofern ist es ganz wichtig diese Präventionsarbeit flächendeckend zu führen und nicht nur in zwei Schulen das ist einfach beschämend für Berlin oder auch sicher in anderen Bundesländern Möchte das jemand noch bekräftigen Sie haben jetzt dankenswerterweise den ganz großen Bereich der institutionellen und pädagogischen Prävention angesprochen ich habe vorher rumgemeckert an der Empfehlung des Runden Tisches zum Thema Strafrecht in Bezug auf Prävention hat der Runde Tisch sehr sehr gute Empfehlungen ausgesprochen sogenannte Leitlinien zu Prävention und Intervention aufgestellt und auch empfohlen dass in allen Einrichtungen in denen in Deutschland Kinder und Jugendliche Erwachsenen anvertraut sind umfassende Schutzkonzepte eingeführt werden sollen und das möglichst innerhalb von zwei Jahren wir haben da mal nachgerechnet wie viele Einrichtungen gibt es es gibt in Deutschland über 33.000 Schulen es gibt 50.000 Kitas es gibt 90.000 Sportvereine 27.000 Kirchengemeinden und katholische Vereine und ich könnte das noch weiter aufzählen der Runde Tisch hatte ob seiner ich sage das immer so gerne in aller Not zusammengezimmerten Konstruktion die 2010 gefunden wurde leider dieser doch zentralen Empfehlung keine Verbindlichkeit beigemessen und als ich ins Amt gekommen bin das war genau an dem Tag nachdem der Runde Tisch sein Amt beendet hat sind wir im Team losgegangen und haben mit Kirchen mit Wohlfahrtspflege es geht ja auch um Heime und stationäre Einrichtungen mit denen darüber gesprochen Schutzkonzepte einzuführen das heißt eine Risikoanalyse in einer Einrichtung durchzuführen wo sind Schwachstellen wo ergeben sich Möglichkeiten für Täterinnen und Täter wo können Täterstrategien gut umgesetzt werden gibt es einen Verhaltenskodex gibt es Regeln für das Nähe-Distanz-Verhältnis gibt es eine Zusammenarbeit mit Beratungsstellen gibt es Ansprechpersonen in einer Einrichtung und da haben wir feststellen müssen dass der Großteil der durch die Empfehlung des Runden Tisches adressierten Verbände und Dachorganisationen Strukturen diese Empfehlung überhaupt gar nicht kannten die einzigen die sich wirklich bewegt haben ist der kirchliche Bereich sowohl die evangelische Kirche stärker die katholische Kirche ich tingle im Moment durch die gesamte Bundesrepublik und spreche mit jedem einzelnen Kultusminister und jeder einzelnen Kultusministerin wenn ich jetzt zu Frau Lörmann gehe dann nehme ich gerne hier auch die Diskussion aus dieser heutigen Veranstaltung mit in Nordrhein-Westfalen müssen genau wie in den 800 Schulen in Berlin solche Schutzkonzepte eingeführt werden und dafür brauchen wir auch ihre Unterstützung und wir brauchen vor allen Dingen die Beratungsstellen weil die Beratungsstellen sind die zentralen Kompetenzzentren die Lehrerinnen und Lehrern und Schulleitungen den Eltern einer Schule helfen müssen so ein Schutzkonzept einzuführen was sehr sehr schwierig ist weil es so wir hatten es heute schon mal hier angesprochen allein über das Thema Sexualität im schulischen Kontext zu sprechen fällt heute vielen Leuten unwahrscheinlich schwer über das Thema sexualisierte Gewalt zu sprechen fällt den Menschen noch viel schwerer da gibt es wahnsinnige Unsicherheit und sehr starke Abwehrmechanismen und die müssen überrunden werden dafür habe ich eine Kampagne kreiert die heißt Kein Raum für Missbrauch ich habe das Emblem heute vergessen es tut mir sehr leid Herr Katsche sagt es aber an und Frau Arndt auch da freue ich mich auch und da brauche ich auch ihre Unterstützung in den nächsten Jahren so dass wir Prävention in den Schulen sowohl institutionelle als auch pädagogische Prävention in den Schulen einführen und vielleicht kommen wir nachher nochmal zu dem Thema es ist eben kurz angesprochen worden die Gefahren die im schulischen Kontext auch durch digitale Medien inzwischen auftreten vielleicht können wir hinter der Tour nochmal sprechen das Thema Medien geht nicht verloren Dagmar Freudenberg wollte noch was zum Schutzkonzept direkt gerade wo Sie das eben nochmal berichtet haben von den Ergebnissen des Runden Tisches und die Leitlinie erwähnt haben kann ich Ihnen einen Erfolg vermelden glaube ich ich arbeite ja im Landespräventionsrat in Niedersachsen und habe da eben auch Kollegen die im Feld zum Beispiel im Sport arbeiten unter anderem zumindest damit verbandelt sind und ich weiß dass in den Sportvereinen dieses Thema der Leitlinien derzeit rauf und runter diskutiert wird wie man es umgesetzt bekommt das finde ich ganz wichtig denn diese Prävention ist natürlich neben der Aufarbeitung unheimlich wichtig die Aufarbeitung finde ich gerade weil Sie das vorhin gesagt haben will ich das jetzt an dieser oder gefragt haben an dieser Stelle mal erwähnen ich finde das vorbildhaft wie das hier aufgearbeitet wird in der Tiefe und das da kann sich manche andere Institutionen aus welcher Richtung auch immer glaube ich ein Beispiel dran nehmen wir haben wir haben sicherlich einige Institutionen die das noch nicht so angefasst haben und ich glaube das könnte man so doch als beispielgebend bezeichnen aber das ist natürlich die eine Voraussetzung die Prävention ist die andere und ich möchte an der Stelle einfach auf einen Punkt hinweisen den Sie vorhin auch angesprochen haben die Frage der Finanzierung und der Kampf mit den Finanzministerien in den Ländern wir haben in diesem Jahr den Präventionstag den 20. Deutschen Präventionstag in Frankfurt der das Thema hat Prävention rechnet sich und das möchte ich an dieser Stelle einfach aufgreifen es ist wirklich so auch wenn man das ganz schwer nachweisen kann weil natürlich die Haushälter so nicht rechnen aber wir sparen Geld durch Prävention wir sparen Geld im Gesundheitswesen wir sparen Geld in der Arbeitsverwaltung oder in der Arbeitsvermittlung und so weiter in allen Bereichen im Gesundheitsbereich wir sparen Geld wenn wir Prävention betreiben und frühzeitig eingreifen und ich denke mal vielleicht müssen wir auf dem Gebiet noch weiter arbeiten so die Wartezeit beträgt im Moment 20 Minuten von melden bis reden dürfen dafür entschuldige ich mich beim Publikum aber ich bin auch sehr froh über diese sehr gründliche Beantwortung hier von dem Panel jetzt habe ich endlich den Herren hinten in Grau dann sind hier noch zwei Herren und die Dame mit dem türkisen Schal also diese vier vielleicht zusammen mit der Bitte um kurze prägnante Inputs ja ich probiere es mal also mein Ansatz ist er also ich heiße Stefan ich recherchiere zu allen möglichen Themen die diskriminierend sind dementsprechend bin ich auch mit dem Thema Sekten beschäftigt und gerade am Sonntag lief ein Film in einer von mir befreundeten Kneipe zur AAU der Otto-Mühl-Sekte die ja auch eine der Grundlagen der ganzen pädophilen Sache ist das wäre halt interessant inwieweit es da Wechselbeziehungen gab das wäre ein Aspekt genauso bis dahin dieser ganze esoterik spirituelle Komplex Indianerkommune eventuell aber ZEK die Sekte hat ja ihr Gelände in Belzig und die sind dann auf dem McPlanet oben in der ersten oberen Etage unten sind dann die grünen und Amnesty Stände von ATTAC die haben halt ihren Kommune Wegweiser dominieren bestimmt das ist ja Nachfolge und hier in dieser Missbrauch Missbrauchsbroschüre mal rausgesucht noch im Vorfeld ist also die politische Meta-Ebene die Breite vorhin war es die Tiefe ich habe es eher mit der Breite so ein paar Sachen da musste ich halt schlucken das eine war es gibt halt von Reinhard Grebel diesen Song die 68er sind am allem schuld also diese ganze Debatte mit den Grünen kann man auch in einem Meta-Kontext einordnen dass es auch als Blackclash gesehen werden kann von der Seite der Katholischen weil gerade die freie Welt die freie Welt der Block mit den ganzen reaktionären christlich-konservativen von Storch AfD haben unendlich viele Artikel über die Pelophilie in den Grünen veröffentlicht und das ist ein Aspekt neue Rechte junge Freiheit da ist immer Political Correctness und die 68er sind an allem schuld und wenn der Herr da vorhin dann sagte ja hat das nicht vielleicht sogar mit 68 angefangen da klingt sowas an ein anderer Aspekt der es gibt von meinen Freunden von der Amadeo Antonio Stiftung eine Broschüre die heißt nicht Missbrauch ist Missbrauch Quatsch Todesstrafe für Kinderständer der Komplex es ist ja ein stehendes Thema in der Nazi-Szene ich fand es dann irgendwo in Friedrichshain in der Apotheke solche Plakate von Nazis mit Marziparolen Todesstrafe für Kinderständer wenn es heißt im Edati-Komplex gab es da irgendwie ganz viel einen Speditionsmenschen ich kenne die Parole nicht weiß nicht aber dass es da auch bestimmte Stimmungen gibt die von Buller bedient werden also das ist sehr vielschichtig und das muss man auch im Auge haben und um jetzt zum Schluss zu kommen Bergstraße also 1989 Hausbesetzer-Szene die hatten ein ganzes Haus in der Bergstraße hier um die Ecke die Indianerkommune da gab es dann auch Debatten das könnte auch aufbearbeitet werden es gab in der linksradikalen autonomen Szene die sogenannten Edelweißpiraten eine Jugendgruppe und nach 10-15 Jahren wurde bekannt dass der Typ der den Laden aufgebaut hat ein Pädophiler war etc. also jenseits der Grün das ist gesamtgesellschaftlich in vielen Spektren also das könnte man auch irgendwie gucken gibt es da Anknüpfungspunkte etc. und nicht nur so isoliert ja gut danke die Punkte Sekte Anti-68 nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit jetzt kommen Sie dran und dann der Herr mit der schwarzen Kleidung mein Name ist Christian Füller ich bin der Journalist den Ines Pohl so toll finde dass sie die Texte gesperrt hat ich wollte eigentlich nichts sagen weil die Heinrich-Böll-Stiftung mir Redeverbot erteilt hat aber ich will Sie auf etwas hinweisen was sehr konkret ist da ist eine Frau die ist hier heute 500 Kilometer hierher gefahren weil sie nicht angehört wurde von Ihnen nicht angehört wurde von Ihnen Frau Dörner und nicht angehört wurde von Walter Klecher diese Frau hat nicht nur eine irgendwie abseitige Information sie erzählt uns dass in der Indianerkommune wo es reichlich Opfer gab eine Kartei stand die direkt in die Wohnung von Pädophilen führten Frau Dörner und Werner Vogel war nicht irgendjemand sondern der kommt aus ihrem Landesverband war der Spitzenkandidat der Grünen in NRW und ich finde die Information dass aus der Indianerkommune einem Ort der Täter direkt man in grüne Spitzenkandidatenbetten transferiert wurde interessant ich kann nicht genau sagen was da passiert ist aber ich finde dass man darauf eingehen muss und Sie Frau Dörner könnten zum Beispiel mal sagen seit eineinhalb Jahren ist bekannt was am Dachsberg alles passiert ist natürlich nur von außen von Journalisten recherchiert was haben Sie denn herausgefunden bisher Herr Birk hat heute etwas gemacht was die Grünen bisher nicht gemacht haben er hat das Schweigen gebrochen und hat gesagt es gibt Täter die sind grün wie grün muss er rausfinden es gibt Opfer er hat von Tausenden gesprochen und wenn es nur ein einziges Opfer ist dieser Mann wird Mitte April mit seiner Kommission was veröffentlichen Sie recherchieren im Bund seit eineinhalb Jahren ich finde Sie sollten jetzt mal hier und heute sagen was wissen Sie denn jetzt schon über den Dachsberg und dann könnten Sie auch sagen dass diese Frau die hierher kommt von der Indianer Community die Information liefert dass Herr Hänsel vielleicht einfach mal aufsteht und sagt warum hat die Klecherwalter Kommission diese Information dass sie beim Spitzenkandidaten gelandet sind im Bett nicht verwertet ich kenne da ein paar Antworten dazu aber ich finde die Leute sollen sie erfahren so wie Herr Birk von grünen Verflechtungen in Berlin spricht Ideologie Täter Opfer sollten wir das für den Bund tun und heute ist die Gelegenheit Frau Dörner dass Sie mal sagen es wird nicht im Juni stattfinden nicht nächstes Jahr sondern heute Sie sagen uns was wissen Sie über den Dachsberg Herr Füller die Anwürfe sind denke ich deutlich geworden ich möchte nur klar sagen bestimmte Punkte lassen wir hier aus dem Panel raus von Redeverbot zu sprechen da würde ich Sie einfach bitten das mit der Stiftung an anderer Stelle zu klären und nicht hier Frau Dörner und Herr klären Sie das unter sich wir reden jetzt hier über unser Thema und da gebe ich erst mal Frau Dörner das Wort und dann Herrn Röhrig also zum einen mir persönlich war das nicht bekannt was Sie geschildert haben ich kann auch nicht beantworten warum das nicht in den Bericht gekommen ist ja wir haben als AG Aufarbeitung mit den Menschen die sich an uns gewendet haben und gesagt haben sie möchten mit uns sprechen und sie möchten uns Informationen geben die nicht im Bericht waren oder die uns aus anderen Gründen noch nicht bekannt sind möchten mit uns sprechen mit denen führen wir Gespräche das ist ganz klar und gehen dem nach und wenn sie das möchten dann kann ich das hier und heute zusagen dass wir das tun aber es also für die AG Aufarbeitung aber es besteht natürlich keine Pflicht und kein Zwang sich mit uns auseinanderzusetzen was den Daxberg angeht ist der Landesverband Nordrhein-Westfalen gerade dabei in alle Archive zu gehen und nochmal alles im Detail zu recherchieren was wir an Dokumenten finden können ja um das in unserer nächsten Sitzung die wir als AG Aufarbeitung im April haben zu bewerten und dann auch darüber zu sprechen ich kann das heute hier nicht präsentieren weil ich das auch im Detail nicht weiß aber wir schieben das nicht auf die lange Bank das ist ganz klar das haben wir als AG ganz klar gesagt sondern wir wollen in unserer nächsten Sitzung uns damit auseinandersetzen so viel kann ich jetzt heute dazu sagen und ich glaube man muss auch wenn man so eine Aufarbeitung macht das eben seriös machen und ordentlich machen und die Ergebnisse dann auch so bewerten wie man sie hat und mich sozusagen aus dem Stehgreif präsentieren also ich hoffe Sie haben da Verständnis für Bei Aufarbeitung ist eins wichtig man sollte keine Hektik an den Tag legen und Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Vergangenheit ist auch kein Gebiet für Schnellschüsse die Institutionen brauchen die Zeit Sie dürfen natürlich nicht vernebeln und verdrängen aber ich finde es falsch dass man erwartet dass im Express Tempo Aufarbeitungsergebnisse Schritt für Schritt vorgelegt werden obwohl natürlich allen neuen Erkenntnissen das ist aber heute auch gesagt worden neuen Erkenntnissen dann auch nachgegangen wird ich habe jedenfalls ich will Sie gar nicht verteidigen nur Herrn Füller das schon als Replik auch geben ich habe heute dem ersten Panel entnommen dass hier keine Absicht besteht zur jetzigen Phase einen Deckel auf den Aufarbeitungsprozess zu legen und deswegen bewerte ich das weiterhin erstmal als positive Vorgehensweise was mir nochmal ganz wichtig war ist die Gefahr der Unterwanderung durch Rechtsextremisten die Sie hinten angesprochen haben wir haben mit unserer Kampagne kein Raum für Missbrauch auch im Jahr 2013 in der Anfangsphase ganz schreckliche Erfahrungen gesammelt wir haben beispielsweise alle Abgeordnete des Deutschen Bundestages und auch alle Landtagsabgeordnete über das Projekt kein Raum für Missbrauch das die Einführung von Schutzkonzepten in Einrichtungen in Deutschland unterstützen soll angeschrieben wir haben vielleicht von zehn Bundestagsabgeordneten eine Resonanz bekommen ich habe in vielen Gesprächen mitbekommen dass die Unterlagen die Abgeordneten offensichtlich gar nicht erreicht haben es war so Büroversehen gewesen so dass so eine schöne Mappe hatten wir da gepackt ist gar nicht in den Büros angekommen es gab aber eine Fraktion in Deutschland und das war die NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag die einen Antrag auf der Basis der Unterrichtung die sie bekommen hat wobei wir die NPD noch nicht mehr angeschrieben haben die haben dann über andere mitbekommen dass wir an die demokratisch verfassten Strukturen Fraktionen diese Unterlagen geschickt haben die NPD hat geht voll auf das Thema und die Rechtsextremisten weil sie damit eine Zugangsmöglichkeit zur Mitte der Gesellschaft haben und das wird rigoros ausgenutzt der Satz Todesstrafe für Kinderschänder Kastration ist wichtiger als Strafhaft und allmöglichen Völefanz der da gefordert wird an schrecklichen Forderungen der wird immer wieder formuliert und der der Spediteur der hat glaube ich einmal auch drauf gehabt das geschrieben Todesstrafe für Kinderschänder er hat aber gesagt gut er hat sich bezogen auf Paragraf 153a auf die Einstellung und hat gesagt gut Edati dass du keine Musik heruntergeladen hast weil dann wärst du nicht mit 5000 Euro davon gekommen da ging es um die Frage wie stark welche Schwere diesem Verdacht beigemessen wird wir haben dann übrigens das war sehr wichtig da bin ich auch fertig damit unsere Website für Rechtsextremisten mit Hilfe der Amadeo Antonio Stiftung letztendlich vergiftet wir haben so viel klare Formulierungen gegen Rechtsextremisten auf unsere Seite gebracht sodass wir da jetzt seit zwei Jahren tatsächlich Ruhe haben also mit uns wollen die jetzt nicht mehr zusammenarbeiten was mich freut gut das Gesprächsangebot ist artikuliert worden ich hoffe es ist wenigstens angekommen ob es angenommen wird können wir jetzt hier nicht klären aber das Gesprächsangebot ist da die Kontroverse bleibt ein zu schlichten ist dieser Konflikt hier sicherlich nicht aber vielleicht eine Idee ob man nicht statt Projektaufarbeitung Prozessaufarbeitung sagt um zu zeigen dass es kleine Schritte sind die begonnen werden und das ist hier keine Schlussstrichveranstaltung mitnichten so jetzt habe ich hier den Herrn in schwarz die Dame in türkis und hier vorne in der ersten Reihe die drei den habe ich noch gar nicht gesehen Dankeschön mein Name ist Mirko Mayerzak ich bin Student der Sozialarbeit und Sexualpädagogik vertreten hier heute den LSVD meine Frage ist dahingehend ich habe manchmal so den Eindruck wenn ich Diskussionen höre dass wir hier in den Metropolen wie Berlin auf so einer Insel uns befinden und meine Frage geht in die Richtung der Prävention auf dem Lande wie ist Ihre Wahrnehmung Frau Hölling und Frau Oetken wie ist die Präventionsarbeit an Schulen auf dem Lande und kann man mit diesen Verbesserungspunkten die jetzt angestrebt werden mit dieser niedrigschwelligen niedrigschwelligen Zugang zu Prävention kann man das auch auf dem Land umsetzen also auf den ländlichen Regionen weil ich den Eindruck habe das ist da eben noch nicht ausreichend vertreten auch da kann man kann man das glaube ich nicht generell beantworten die Situation ist sicherlich in weiten Teilen nicht so dass es Hilfe für alle Gruppen gibt sondern es gibt oft sehr kleine Fachberatungsstellen nur da wo es überhaupt welche gibt und die Strategien die die haben ist dann zu kooperieren auch mit anderen die nicht spezialisiert sind und so aber da ist eine große Lücke und ein großes Defizit da hat Herr Röhrig ja auch jetzt nochmal eine Studie in Auftrag gegeben also die Situation auch zu untersuchen aber es gibt Regionen da gibt es gar keine Beratungsstellen für Männer die sexuelle Gewalt in der Kindheit erlebt haben es gibt Regionen da gibt es nichts für Jungen es gibt Regionen da gibt es gar keine also auch ganze Bundesländer wo es fast gar keine spezialisierten Beratungsstellen gibt das ist ein großes Problem aber es gibt auch Regionen wo auf dem Land es Beratungsstellen gibt Spezialisierte die sich dann vernetzen mit anderen klar wenn da nur ein zwei Menschen arbeiten dann vernetzen die sich mit anderen die woanders sind um gemeinsam Supervision zu machen oder arbeiten eben mit allgemeinen Beratungsstellen zusammen um bestimmte Sachen überhaupt leisten zu können also da gibt es auch gute Beispiele im ländlichen Raum wo das funktioniert und wo es Kommunen gibt die die bereit sind da auch Geld auch Geld in die Hand zu nehmen und was zu finanzieren also die These das geht auf dem Land nicht die würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben sondern ich denke da muss eben auch was passieren und wenn man es auf Bevölkerungszahlen runterrechnet sind wir dann auch in den Metropolen gar nicht so gut aufgestellt ich möchte das mal an einem Beispiel veranschaulichen ich bin selbst vom Lande aus dem Nordwesten Deutschlands und ich wurde von einer Freundin einer Schulfreundin gebeten mit mit einer Nachbarin zu sprechen weil an der Grundschule an der die Kinder sind offensichtlich Problem mit übergriffigen Schülern die kamen jetzt auf mich weil die einfach wussten von der Funktion und es war spannend für mich weil ich dann festgestellt habe da gibt es eine Beratungsstelle zentral und ich habe auch ein sehr konstruktives Gespräch geführt mit einem Mitarbeiter das ist ein sehr ländliches Gebiet und er sagte genau diese beiden Schulen sind haben sich bisher jeglicher Intervention jeglicher Schulung entzogen und das ist nochmal das Thema Motivation eigentlich wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin das machen auch viele Lehrkräfte bin ich in der Lage in der heutigen Zeit mit Internet mich zu informieren ich kann meine Kollegen ansprechen ich kann mal sagen na gut ich mache mich mal auf den Weg und fahre 100 Kilometer weiter in irgendeinen Ort wo es eine Beratungsstelle gibt oder ich mache eine Schulung das ist aber oft so das erlebe ich auch ich arbeite ja in der Stadt ich arbeite in Küpnik auch mit Kindern oft so dass die Schulleitungen ihren Lehrern untersagen aktiv zu werden und die quasi dann zu uns zu einem Privatbesuch kommen müssen um sich ganz und gar illegal und informell darüber zu beraten was man jetzt tut und ich bin auch so sehr ich für Prävention und Beratung und Schulung und Konzepte bin wer will findet einen Weg Kindern zu helfen die größte Hürde ist die eigene Betroffenheit im sozialen Bereich im medizinischen Bereich im therapeutischen Bereich ist eine hohe Rate an Missbrauchsopfern weil Menschen die aus Missbrauchskontexten kommen oft aus einem kommen wo die Parentifizierung also die Umkehr von Eltern von Erwachsenenrollen zu Kindernrollen stattgefunden hat die haben das verinnerlicht zu denen gehöre ich auch ich bin seit 50 Jahren bin ich Therapeutin zuerst war es immer für meine Eltern und später wurde es dann zum Geruf und das gibt ganz viele solcher Menschen und die wenigsten trauen sich aber sich damit auseinanderzusetzen manchmal mit Therapie und die erste Hürde ist das zu überwinden und zu sagen ja es ist so und ich sehe im heutigen Leben obwohl ich diesen Beruf ausübe es ist wieder so an dieser Schule obwohl ich mich so bemüht habe es ist wieder so in dieser Familie die ich betreue das ist so und ich muss trotzdem was tun und wenn die genommen wird dann geschieht auch was ja so unsere ja so unsere Motivationsexpertin ja ich würde gerne so in zehn Minuten in die Abschlussrunde gehen habe aber hier noch die Wortmeldung von denen die eigentlich längst dran waren jetzt bitte der Herr hier mit dem Mikrofon ich bin Thomas Reinke ich bin momentan an keinem Projekt war früher als Betroffener bei Tauwetter kurzfristig ich habe zwei Jahre mitgearbeitet in der Frühphase von Tauwetter ich möchte mich an sich an das anschließen was im Hauptbeitrag Frau Oetken gesagt hat nämlich zwei Felder die meines Erachtens noch völlig unbeackert sind allerdings ist so viel anderes erwähnt worden dass ich etwas vorschieße nämlich im Sinne des Prozesses Aufarbeitung muss wesentlich mehr als nur die Verschickung der Grünen betrachtet werden das war alles eine große keine Verschwörungstheorie jetzt aber es waren große Zusammenhänge es wurden die Kanalraten erwähnt es wurden die Indianerkommune erwähnt die ARS erwähnt die ARS war unterstützt bis zum Schluss vom BVH der BVH hat mit der ILGA zusammengearbeitet und mir sind die Namen eingefallen zum Teil sind die Herren gestorben ich will auch gar nicht die Herren persönlich jetzt verdächtigen aber zumindest ihre Werke zum Beispiel Kendler zum Beispiel Händich zum Beispiel Ament zum Beispiel nur die die ja das ist ein Privat jetzt okay es heißt also Schriften die etwas begünstigt haben und die zum Fall heute noch aktuell sind Ernest Bornemann hat eine Gedenksendung gerade im Deutschlandfunk bekommen da weiß wahrscheinlich die jetzige Generation gar nicht in welchem Ausmaß er als Pädophiler sich geschickt seine Interessengebiete erarbeitet hat genauso Herr Lautmann Herr Lautmann ist sicher sehr integer aber sein Werk die Lust am Kind hat auch die Pädophilen zumindest unterstützt das alles war das Umfeld in dem die Grünen eben auch gar nicht so schlimm damals erschienen ich war heute nicht am Anfang der Veranstaltung dabei vielleicht ist alles schon gesagt worden aber das fiel mir alles nochmal ein es heißt also meines Erachtens ist auch auf der Seite der Homosexuellen sehr viel aufzuarbeiten denn die sind damals Herr Lautmann Herr Kendler Herr Händich Herr Becker von der Odenwaldschule das sind alles Herren gewesen die auch davon profitiert haben dass die Schwulen seit sagen wir mal Anfang der 80er Jahre tabu wurden das heißt also das eine Feld und jetzt möchte ich ganz konkret werden zwei Felder wo überhaupt noch nichts passiert ist nämlich sie haben den Idati Prozess erwähnt ich kenne die Folie nicht die Herr Idati erworben hat aber ich weiß es gibt ein großes schwules Dating Pokal das heißt Gay Romeo man kann für 45 Euro im Jahr bei Gay Romeo Mitglied werden und kann 2000 Bilder hochladen und diese 2000 Bilder werden durchgewunken von anderen Gay Romeo Mitgliedern und das heißt ich habe also hunderte ich habe das testweise gemacht ich behaupte nicht dass ich sie noch habe es ist ja verboten aber ich habe es testweise gemacht ich habe hochgewalttätige Bilder hochgeladen die wurden als nicht sexuell eingestuft oder als Softcore das heißt also man kann für 45 Euro im Jahr kann man sich ein Depot von 2000 Bildern anlegen und man kann tauschen jederzeit unter den ich weiß nicht 100.000 Mitgliedern also da wäre zu überlegen was existiert da in einem Dunkelfeld Herr Idati war damit verglichen möglicherweise wirklich nur ein Kleinkram eine ganz andere Sache dann bin ich fertig ist ich habe seit 10 Jahren Kontakte zu türkischen Familien sehr vielen türkischen Familien und es ist entsetzlich was in diesen türkischen Familien zum großen Teil den Jungen passiert körperliche Gewalt ist die Regel es ist absolut die Regel Übergriffigkeit die werden es wird als selbstverständlich als Teil der Kultur angesehen dass den Jungs bis zum 6. 7. 8. Lebensjahr von den Vätern an den Himmeln gezupft wird um später große Schwänze hervorzurufen und so weiter und so weiter das sind nicht Einzelfälle in den arabischen und russischen Communities ist es vielleicht zum Teil noch schlimmer da kümmert sich überhaupt kein Mensch drum wir haben in Berlin zigtausende türkische Jungs ich kam dadurch drauf weil sie von dem Artikel im Spiegel sprachen wo eben die Zusammenhänge mit dem was dann unter Umständen später unerklärlicherweise entsteht gebildet wurde genau um das anzumerken bei der Gelegenheit wie alle türkischen Jugendlichen die ich gekannt habe absolut einverstanden waren mit dem Attentat auf Charlie Hebdo das wird in der deutschen Gesellschaft geleugnet ich sage es nochmal kurz das sind Tabubereiche an die man nicht rangeht danke für die beiden Ergänzungen zu dem ersten Punkt Sie sagten Sie waren bei dem Panel nicht da nur kurz als Hinweis für die anderen die dazu gestoßen sind in der Tat im ersten Panel war ganz stark die Frage warum eine derart späte Dämmerung bei den Grünen und eine noch späteren der Schwulenbewegung also insofern schauen Sie sich das gerne im Internet an was hier gefilmt wurde da ging es genau zu diesem Thema wurde dazu viel gesagt diese zwei Punkte nehmen wir mit in die Abschlussrunde einmal das Thema Medien und auch das Thema mit den Familien mit Migrationshintergrund genauso wie das Thema Sekten ich habe jetzt die Frau mit dem türkisen Schal und zwei Wortmeldungen aus der ersten Reihe und ich fürchte dass wir dann die Meldeliste schließen müssen es sei denn wir sind ganz schnell jetzt Ja mein Name ist Renate Bergmann ich arbeite in einer ländlichen Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt in Niedersachsen und das was ich mir sehr von den Grünen wünschen würde als ein Teil dieses Aufarbeitungsprozesses wäre nochmal hinzugucken darauf dass deutlich ist wenn es eine Sprache gibt für das Thema sexualisierte Gewalt wenn denjenigen die eventuell Grenzverletzungen oder Übergriffe erleben deutlich ist dass es ein gesellschaftliches Klima gibt was deutlich macht das verletzt deine Persönlichkeitsrechte dann erst würden wir mehr von dem Ausmaß erfahren dann erst wüssten diejenigen dass sie darüber reden können wenn wir das aber wiederum ernst nehmen dann dürften sich die Länderfinanzierungen und da spreche ich dann die Grünen sehr auf der kommunalen oder Länderebene an dann dürften sich Länderfinanzierungen nicht daran orientieren ausschließlich welche Beratungszahlen werden erzielt und ich spreche hier für eine Beratungsstelle aus Niedersachsen wo die Länderfinanzierung in ihrer Höhe daran gekoppelt ist wie viele betroffene Frauen und Mädchen erreichen sie mit ihren Angeboten das heißt der gesamte Bereich den wir haben im Bereich der Prävention ist einer wo wir wissen in dem Landkreis wo ich arbeite erreichen wir nicht alle Schülerinnen und Schüler wir werden sie auch mit dieser Personalausstattung nie erreichen können selbst wenn wir nur eine Klassenstufe wie bei uns die sechste Klasse versuchen zu erreichen ist deutlich dass man mit drei halben Stellen nicht Beratung Prävention und Fortbildung und dann auch noch die Begleitung von Schutzkonzepten übernehmen kann und ich finde es ganz ganz wichtig Herr Röhrig dass Sie in allen Bereichen immer wieder darauf hin wirken zu sagen es geht nicht nur darum zu sagen wir möchten dass die Betroffenen ein Gehör finden und dass sie Beratung finden so lange und in dem Ausmaß wie sie es sich wünschen und wie sie es brauchen sondern dass alle Einrichtungen im Vorhinein überlegen wie sie Übergriffen vorbeugen können ich kenne allerdings keine Beratungsstelle die jemals Personalmittel dafür bekommen hat solche Schutzkonzept Begleitungen zu ermöglichen ich kriege es in Hamburg mit wo ich wohne dass veröffentlicht wird welche Beratungsstellen in diesem Bereich beraten könnten ich kenne keine Beratungsstelle die dafür auch nur eine Personalstunde mehr bekommen hat in Niedersachsen weiß ich es nicht für alle Kommunen ich weiß es für uns ganz definitiv dass unsere Expertise sehr geschätzt ist aber dass es nicht möglich wäre allen Sportvereinen allen Schulen allen Kitas allen denjenigen die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und dazu kann man dann noch sämtliche Patenschaftskonzepte von Ehrenamtlichen und was weiß ich dazu nehmen wenn man Beratungsstellen hat die mit drei halben Stellen arbeiten in einem Landkreis weiß man von vornherein man kann nicken und sagen Schutzkonzepte wären echt gut aber man weiß und sehenden Auges sehen das glaube ich alle Parteien werden Beratungsstellen diese Konzeptentwicklung nicht begleiten können und das wäre sowohl möglich denke ich über das Bundeskinderschutzgesetz hier nochmal anders zu gucken welche Verankerung im präventiven Bereich wäre möglich es wäre absolut notwendig und das wünsche ich mir von allen Parteien dass die Beratung zu sexualisierter Gewalt keine freiwillige soziale Leistung bleibt sondern eine Pflichtaufgabe wird aber dass Prävention flächendeckend genauso eine Pflichtaufgabe wird und dann müsste man wirklich hochrechnen auf wie viele Einwohnerinnen und Einwohner das Personalstellen bedeuten würde das hieße aber auch für den ländlichen Bereich mitzurechnen dass wir teilweise für eine Beratung eine Stunde hin eine Stunde zurückfahren weil es nicht den öffentlichen Personennahverkehr gibt wie in den Städten das heißt es müsste wirklich genau hingeguckt werden und nicht nur mit Durchschnittszahlen die meistens in den Regierungsmetropolen gebildet werden wo man relativ schnell irgendwo hinkommen kann zu rechnen ich denke der Appell ist angekommen Theorie und Praxis und da war er wieder der Tropfen auf den heißen Stein den wir heute schon mehrfach hatten ich habe jetzt hier noch die zwei Wortmeldungen einmal der Herr der sich vorhin als hetero geoutet hat und dann die Dame die neben ihm sitzt ja der Wolfgang Schmidt der hetero ich habe gerade noch mal die ganzen Beiträge so durch laufen lassen und ihr Beitrag so diese dieser Moment der Resignation also ich glaube auch diese Empörung bei ihm ja der sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt das ist das ist kein Thema was man mal eben so aus der aus der Schürze irgendwie so fallen lässt das ist ein das ist ein Gigant das ist ein Thema also ich fange nochmal ich gehe nochmal zurück von der Situation können Sie bitte eher zum Ende kommen als nochmal anzufangen uns vielleicht auch ihr Gesicht zu wenden ja ja ok ok wollen können dürfen würde ich sagen ich habe ich habe also von der wenn ich daran denke 78 wie meine damalige Freundin die Wildwasser mitgegründet hat mich das erste Mal konfrontiert hat damit dass es sexualisierte sexualisierte Gewalt in dieser Gesellschaft gibt und wie ich mich geschämt habe und mich zurück mich weggeduckt habe und versucht habe das zu verdrängen und wenn ich denke wo wir heute sind dass heute dass wir heute darüber sprechen können dass die Grünen die die mit diesem dieser Vergangenheit konfrontiert sind dass wir hier sind dass wir offen darüber reden können nach 30 Jahren für mich ist es ein Fortschritt definitiv und ich komme aus dem ich komme aus dem Gesundheitsbereich der Grünen aus der LAG Gesundheit und wir haben fast in fast in allen Parteiprogrammen fast in allen Programmen Wahlprogrammen haben wir reingeschrieben dass ich habe den Fahnen verloren ich glaube es ist deutlich geworden dass Sie großen Respekt vor der Empörung haben ich danke Ihnen darf ich Sie bitten sich zu setzen Sie können das Mikrofon gleich an Ihre Nachbarin weitergeben ich bitte um einen kurzen Input ich würde gerne das Schlusswort dem Panel überlassen ein gemeinsames kurzes Input genau die Vorrednerin hat schon ganz viel eigentlich gesprochen was was ich sagen wollte und zwar zu der schwierigen Lage auf dem Land Präventionszugänge überhaupt zu finden für viele betroffene Kinder niedrigschwellige Angebote fehlen uns vor allen Dingen also wie Kinder im Grundschulbereich in den Ganztagsschulen oder in den weiterführenden Schulen überhaupt zum Sprechen zu kommen also da fehlen uns ganz viele Konzepte und Wege Überlegungen wie können wir Kindern helfen sich zu äußern und ich glaube dass es nicht so ganz einfach ist nicht jedes Kind wird darüber sprechen weil das haben Sie auch eben gut angesprochen also diese Barrieren diese Schnittstellen zwischen Intervention Prävention und Hilfen da haben wir ganz viel Bedarf und da wünsche ich mir noch viel Forschung dazu und natürlich auch in Kooperation mit der Praxis ein tolles Projekt zum Thema Prävention es gibt ein also ein Präventionsprojekt das heißt Ronja in Westerburg ziemlich im ländlichen Gebiet in Rheinland-Pfalz ist eigentlich ein einzigartiges Modellprojekt was genau Schnittstellen zwischen Kita Schulen Elternarbeit und Multiplikatorenarbeit bedient so ein Modell könnte man sich vorstellen also könnte man sich vorstellen dass es also mehr also ja etabliert wird überhaupt in der bundesweiten Landschaft dass jedes Land einen Präventionsbeauftragten hätte an dem man sozusagen allgemeine Missstände aus der Praxis aus der Forschung sich hinwenden könnte also das fehlt einfach also Ansprechpartnerinnen Ansprechpartner die ja an die man sich wenden kann zum Thema Prävention das ist deutlich geworden danke ich würde ganz ich würde ganz gerne noch kurz auf Herrn Föller reagieren Herr Föller hat mich mit der gleichen Frage heute Mittag ja schon konfrontiert eine halbe Stunde oder eine Stunde bevor ich hierher gefahren bin in einer Medienanfrage zum jetzigen Zeitpunkt ich kann den Fall nicht genau aufklären momentan ich habe noch keine Zeit gehabt mit meinen Kollegen konkret darüber zu reden generell möchte ich noch einmal hervorheben wir haben primär in unserer Studie eine Aufarbeitung der Programmdebatte der Grünen durchgeführt und dementsprechend also unser methodisches Setting eben auch ausgerichtet dementsprechend haben eben die Zeitzeugen Interviews die wir geführt haben primär den Zweck gehabt eben uns weitere Quellen zu erschließen die wir dann wiederum archivalisch und auf andere Art und Weise ausgewertet haben von daher es mag sein dass da so etwas vorgefallen ist ich kann es zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr sagen dazu aber grundsätzlich wie gesagt das ist nicht der Fokus unserer Studie im Übrigen gewesen derartige Fälle in dieser Form und so detailliert aufzuarbeiten und ich genau wir haben uns gerade vor der Tür bereits darüber unterhalten von daher ich hoffe dass ich das so weit wie ich das zu diesem Zeitpunkt konnte aus dem Weg räumen konnte darüber hinaus kann ich momentan wie gesagt das jetzt nicht beantworten Moment Herr Füller ich bitte Sie wirklich das außerhalb dieses Pendels zu klären ich denke diese Klarstellung aus Göttingen die stand Herrn Henschel jetzt wirklich auch zu ich bitte das Publikum uns fünf Minuten zu schenken dass wir fünf Minuten über die Zeit gehen dürfen damit wir hier noch eine Abschlussrunde machen dürfen es tut mir leid dass wir jetzt nicht alle Wortmeldungen geschafft haben und nicht geschafft haben alle roten Fäden die sich hier noch anbieten mit einzuweben in die Diskussion ich muss es jetzt wirklich als es ist ein Fortschritt aber Pünktchen Pünktchen ja es ist ein Prozess erstmal so festhalten als Momentaufnahme und bitte jetzt unsere Expertin in umgekehrter Reihenfolge würde ich gerne bei Frau Oetken anfangen kurz in eins zwei Sätzen zu sagen was für Sie das Fazit des heutigen Abends ist hat sich da irgendwas ja einfach als Eindruck was hat sich für mich heute hier verändert ein Blitzlicht ein Blitzlicht in eins zwei Sätzen bitte ich fand die Anmeldung von Frau Hohmann sehr wichtig sie hat war ja auch im letzten Jahr schon hat sich da mit ihren tiefgreifenden Kenntnissen zur Szene und das auch sehr klar immer rausbringt das hat zwei Ebenen bei den Grünen dass die Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität war eng verwoben mit der Humanistischen Union und die Humanistische Union ist nicht irgendein Verein sondern das ist das ist eine Organisation die sehr viel Einfluss hat und es liegt nahe dass in der damaligen Zeit bestimmte Jahrgänge Schlüsselpositionen in Hochschulen und in den Medien in der Medienlandschaft besetzt haben und deren Gedankengut nenne ich es mal in Anführungszeichen bis heute für so viel Schwierigkeiten sorgt die ja hier ausgebreitet wurden in der kurzen Zeit und da sollte man unbedingt nicht nur um Personen reden sondern auch um Gesinnungen die transportiert wurden und die Wege wo sie heute noch zu finden sind Dankeschön Ich habe schon das Bedürfnis zu einzelnen Redebeiträgen kriegen jetzt nochmal was zu sagen und möchte diese Generalisierung zu Familien mit verschiedenen Migrationshintergründen hier so nicht stehen lassen also weil auch da gibt es gibt es sehr große Unterschiede zwischen den Einzelnen und ich finde das geht nicht das so zu generalisieren unsere Erfahrungen in der Unterstützungsarbeit auch von Mädchen und auch deren Umfeld mit Migrationshintergrund sind andere und auch da ja es war mir also es war mir zu es war mir zu generalisiert und ich möchte gerne sagen dass auch da dass es auch da große Unterschiede gibt und dass man also dass man auch da differenziert hingucken muss und dem dass es dass es uns an Konzepten mangelt wie wir Kinder erreichen in Prävention das kann ich so auch nicht teilen also ich glaube wir haben eine Fülle von von in der Praxis gut funktionierenden Beispielen also auch also ich kenne auch das Projekt Ronja aber also da gibt es glaube ich zahlreiche Beispiele wie man das gut machen kann und wie wenn das Thema aufgemacht wird auch durch externe Kinder sprechen über das was was ihnen passiert ist also dass wir dass wir mehr davon brauchen und so das habe ich ja muss ich jetzt nicht wiederholen habe ich ja vorhin schon gesagt finde was auch deutlich geworden ist durch einige von den Redebeiträgen ist dass es eben doch auch eine breitere gesellschaftliche Debatte braucht und dass da eben dass es da verschiedene Akteure auch in Bewegung und so gibt die sich die da auch noch was anzugucken haben in eigenen Geschichten und jeder kann es halt natürlich nur an dem Ort machen wo er ist aber wenn wir alle damit anfangen würden das einzufordern und da selber was für zu tun dann wäre auch schon viel gewonnen und ich denke bei den bei den Aufarbeitungen die es bisher gegeben hat bei den Grünen ist diese Dimension tatsächlich aktiv auch dazu aufzurufen dass sich dass sich Menschen denen in dem Kontext sexuelle Gewalt widerfahren ist dass man die Geschichten auch hören will und damit umgehen will das ist glaube ich ein Schritt der auch noch ein Stück zu tun ist auf jeden Fall ist der in der Berliner Kommission der nächste Schritt der noch kommen muss der ist da noch nicht geschehen und das ist dann natürlich auch eine Frage wie geht es damit weiter und wo sind die Ohren die das hören wollen und die sich dann auch dazu verhalten nochmal genauer also ich kann das alles unterstreichen wichtig ist glaube ich dass man sich wirklich sehr klar macht dass es keinen Schlussstrich gibt sondern dass Aufarbeitung weitergeht ja auch weil man immer wieder auch neue Informationen bekommen kann für mich als Politikerin ist natürlich total zentral dass man auch was Prävention angeht und auf die Zukunft hingerichtet die richtigen Schlüsse daraus zieht ja auch deshalb machen wir in der AG Aufarbeitung unsere Arbeit auch um für die Partei sozusagen weitere Forderungen zu entwickeln aber wir arbeiten natürlich auch und fühlen uns da sicher auch besonders in der Verantwortung was Prävention Intervention angeht im Rahmen vom Bundeskinderschutzgesetz und alles was es da gibt fühlen wir uns sicherlich besonders in der Verantwortung da eben auch den Schutzgedanken noch weiter voranzutreiben und ich glaube dass es da viele Baustellen noch gibt ja das ist heute Abend sehr klar geworden und da werden wir sicher politisch auch weiter dran arbeiten genau da anknüpfend wir befinden uns in unserem Themenfeld tatsächlich noch am Anfang und genau das hat der Runde Tisch vor dreieinhalb Jahren auch schon den Abschlussbericht geschrieben wir sind einige kleine Schritte weitergekommen eben hat aber so die Defizitanalyse gezeigt dass enorme Herausforderungen im Bereich der Prävention vor uns liegen und vielleicht mal in einer Satz es ist so dass in Deutschland heute tausende von Kindern und Jugendlichen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind wir kennen die Handlungsmöglichkeiten wie Frau Hölling das eben gesagt hat die Konzepte wie man Kinder institutionell aber auch Kinder die im familiären Bereich Missbrauch erleiden wie man denen helfen kann das wissen wir aber wir bieten den Kindern nicht diese Handlungsmöglichkeiten obwohl wir wissen was wir tun müssten und das deswegen sage ich ist sexueller Missbrauch heute in Deutschland immer noch ein Skandal ja aus juristischer Sicht ich habe das schon immer gern getan dass ich in die Vergangenheit geguckt habe und dann kann ich feststellen dass wir uns von einem Menschen und Familienbild vor 100 Jahren wo das Kind und die Frau dem Mann im Gesetz im bürgerlichen Gesetzbuch unterworfen waren hin entwickelt haben zu einem etwas anderen Gott sei Dank etwas anderen Menschenbild das beinhaltet die Würde eines jeden Menschen und Teil dieser Würde eines jeden Menschen ist die sexuelle Selbstbestimmung die gilt auch für Kinder und ich nehme heute nochmal mit dass ich weiter versuchen werde mich dafür einzusetzen dass das auch im Gesetz deutlich wird damit die Rechtsprechung die nur an das Gesetz gebunden ist das auch umsetzen kann und ich denke mal wir werden im Bereich der Prävention noch viel tun müssen Tertiär Prävention Stichwort frühzeitige Sicherung von Beweisen um Verfahren besser besser gestalten zu können Verfahren unabhängige Beweissicherung ist das Stichwort und Begleitung von Betroffenen insbesondere auch von Kindern auch frühzeitig um Traumatisierung um Chronifizierung von Trauma zu vermeiden aber eben auch präventiv wirken um das was Sie gerade angesprochen haben Herr Röhrig umzusetzen nämlich das was wir wissen auch in der Praxis zur Anwendung zu bringen und wir werden dafür kämpfen müssen dass wir dafür auch die erforderlichen Gelder bekommen wobei ich das mit dem ländlichen Bereich immer etwas schwierig finde was versteht man eigentlich unter ländlichem Bereich ist das das Dorf oder ist es der Landkreis oder ist es die Kommune es ist viel da auch was getan wird im Bereich der kommunalen Prävention aber wir müssen da sensibilisieren und weiterarbeiten danke ja danke dass Sie sich bemüht haben das nochmal zu komprimieren was Sie ohnehin schon komprimiert mitgebracht haben an Expertise vielen herzlichen Dank an alle wie soll man jetzt so einen aufwühlenden Abend beenden resümieren ich möchte noch kurz drei Punkte aus meiner Seite von der Moderation zusammenfassen wir haben gesehen es reicht vorne und hinten nicht es ist alles sehr knapp die Angebote die Maßnahmen das haben wir fast in jeder Wortmeldung gehört der zweite Punkt es ist verdammt viel in Gang gekommen der Prozess läuft es sind kleine kleine Fortschritte vielleicht auch kleine Missgriffe Fehltritte da ist mit eingerechnet und deswegen komme ich zum dritten Punkt für die weitere Maßnahmengestaltung des was tun gegen sexuellen Kindesmissbrauch brauchen wir sehr viel Klugheit wo wir ansetzen wie wir ansetzen mit wem wir wie ansetzen und dafür brauchen wir sie alle also das Publikum und die Experten und wir brauchen auch ein neutrales Parkett auf dem wir uns treffen können und insofern nochmal danke an die Veranstalter an Henning von Bargen Christine Weiß Gitti Henschel dass wir hier heute Abend wirklich so kontrovers und um Neutralität bemüht sag ich mal diskutieren dürfen das wäre jetzt das wäre jetzt mein Fazit und wir kommen dann zum letzten Tagesordnungspunkt und der lautet unten treffen und plaudern und vielleicht noch was trinken tschüss und guten Abend Applaus Applaus Vielen Dank.